Das sieht aus für ihr Terminkalender. So, jetzt haben wir so mal das Dreamer gestacht. Wir haben mal Call of Duty weitergespielt. Das ist MEINE Person, das ist was anderes. Guck dir Grey's Anatomy an und dann verstehst du. Guck dir die Serie Grey's Anatomy. Okay. Google, gib auf Internet... Google und dann gibst du MEINE Person ein. Grey's Anatomy, dann kriegst du eine Definition, was das ist. Warte, kann das Call of Duty los schon sponsern? Sure. Es geht nicht. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bereithalten! Ich schieze auch da sitz. Ich hab's da. Klapp. Klapp, da sitz bestimmt sofort. Ich werde hier nicht beschaffen. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ah, fuck off. Wenn ich jetzt spielen würde. Und sie würde mich nicht sagen. Ich würde das so feiern. Oh mein Gott. Die Karma hätte eigentlich zu sein. Guck, die die auf die Karte behalten. Also das ist die Gehörder. Achtung, sind weg! Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Ich kann krepieren, diese blöde Fotze! Wunder wird verlegt. Bereithalten! Wir haben keine Grenade. Ach, komm, die Adresse nicht! Ziele, die erläutert! Warte, innerhalb der Spielerunterdrückung. Die Anlektung wäre geschafft. Stellung ohne Verlegt! Zielgebiet sicher! Ich habe das ab, mit dem Heizkaufmann. Himmelskraut. Der Vikings! Ich lade nach! Nein, Alessandras Freund spielt Basketball in der Erde, wo er in der Frauenmannschaft spielt. Wenn Alessandra da ist, ist diese Box auch da. Und wenn Alessandra schreibt mir dann immer, oh, sind wir da? Und dann sagt sie immer, ja, wirf sie runter. Schieb sie von der Bahn. Nein, wir haben Ball in den Stock. Nein, wir waren zu zweitisch. Wechsel im Magazin! Magazinwechsel! Oh Gott, da wird man noch gestaunt. Gebt ihr Rückendeckung! Hinter dir! Ey! Ey! Ey Wichser! Wenn ich vorbei hast, ist das schon gesinnt, komm! Die Stellung wird verlegt! Bereithalten! Die Stellung wurde verlegt! Zielgebiet sicher! Jaaaaah! K Jaaaah! Gebt ihr Rückendecke. Stellung kompromittiert. Im Bereich sicher. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Verbündete Drohne im Einsatz. Oh, come on. Feindbeschuss. Wechsle Magazin. Spiel zerstören. Punition hier. Weckle vor. Magazin wechsel. Ich hab nie, ich hab's nicht einmal gesehen. Bereithalten. Stellung wurde verlegt. Sicher. Ah, Pocko. Verbündete Drohne online. Verbündeter Sechter unterwegs. Verbündete. 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 Das war knapp. Ah, das scheint der Film zu stehen. Das ist für meine Kumpels Wechsel das Magazin Granate 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 Skink Und Skink Oh Oh Come on Cancel ...ehm, hallo, ist voll Obster gezielt und der kriegt kein Damage. Ja. Ich kann natürlich spawnen und gehe jetzt noch direkt nirgends mehr. Es ist der Mann, Panda. Ich weiß nicht, aber es tut mir leid, dass ich gerade streame, aber dein Streaming wird besser gehangen am Discord. Bei mir? Ja. Aber kann aber aufsehen, weil momentan Lichtung vom Discord-Trupp geschraubt wird, wenn es im Stream ist. Ich kann auch sehen, dass ich ihn erlebe, dass ich einen Brust schreibe. Ich kann auch sehen, dass ich ihn erlebe, dass ich einen Brust schreibe. Ich kann auch sehen, dass ich ihn erlebe, dass ich einen Brust schreibe. Guck, das sind so, das sind die schwarzen Maschinen. Ich kann auch sehen, dass ich einen Brust schreibe. Was musst du machen, du hier wacht. Wir wollen dich nicht verscheißen, Morales. Du musst rüberkommen ohne den Brust zu beheeren. Die scheiß Boller kannst du nicht gestalten. hehehe schlaff! schlaff! ach ja oh ne leute es dauert so much theme deathmatch freigabel für das ausschalten sämtlicher Feinde im Einsatzgebiet die Männer herrsch isst du deine Pizzarollchen ganz schlagend hier wie ich schläft schlafft 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 los geschepp schlafft 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 rargh Ich hab gar keinen Plan, nein, 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 dann erklärst du dich, anstatt zu dumm zu gründen, wenn du das weißt. Ah, schau aufs Slamme, du freu mich bei, komm mich rüber. Du kommst mir mit an, Alter. Liga wäre wohl dich nicht einfach. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Das ist ein Kamper heute, du weißt. Oh, der Schkinn ist weg. Gebt ihr Rückendeckung! Gebt ihr Rückendeckung! Oh, der Scharfschütze ist erledigt! Fehler, Bibi. Wenn jetzt jemand den anderen schubst... Oh, oh. Dann musst du flayen. Ich wusste Schätzle zu weit in dem Moment. Die haben sich ja jetzt geschubst da. Eben. Geschubst. Er ist in ihn reingelaufen. Ich fass auf! Hinter dir! Ich fass auf! Kim! Was machen wir? Maschine! Maschine, Bruder! Ja. 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 Ich fass auf! Ja. 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 Ich fass auf! Schall! Ja. Schall! Corona-Wichter. Corona. So viel verdient ist es. Feindlicher Wichter ist aktiv. Aber die möchten das professionell machen, als die Maschine. Feindlicher Wichter in Reise. Magazinwechsel. Ziele im Flick. Magazinwechsel. Ziele im Flick. Ich musste mir das... Ich musste mir diesen Scheiß jeden Samstag reinziehen. Samstag, vier, fünf Stunden. Das hat mir bald jetzt mal angesehen. Magazinwechsel. So viel langweil. Super schöne Typen, aber es war ja eine Frau in der Mannschaft. Wie viel das ist. Bibi, das ist lustig. Ich habe mich das Basketball in. Natürlich in Armee gefahren mit den 3m-Ringern. Wechsel das Magazin. Du Fickse, das steht um da. Scheiße! Kanade ist raus! Kanade ist raus! Ich bin sehr ungescheitert. Ich bin sehr geschossen. Was war der Fehler? Bibi? Außerhalb von Watz, die den Lingerfahrt nimmt? Wird so lachen, wenn der Typ da sitzt, dass er den Ball so voll in die Presse bekommt. Schuld, dass du feierst. Was war der Leer? G.I.P. B.I.P. ...800 miles und etwas relativt new. Hier haben die Qualität. Die Golf Stream G6, ein Stil. Was ist das? Das ist ein Boeing 767. Das ist für viele Leute. Ihr braucht wirklich eine Wholein. 30 Leute. Ihr braucht wahrscheinlich 30 Personen. Wenn du nicht 30 Personen hast, Das ist ein Diplomac. Oh mein Gott, du hast eine Maschine! Warte f***, warst du am Wald da? Ja. Sogar in die Brust. Oh Gott. Der Feind sehert sich uns. Eliminieren. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin gleich hinter dir. Kontakt! Wow. Alle, alle, alle. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, aber die anderen sind. Magazin, weg, weg! Hör doch auf! Weg! 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 Kaum noch Munition! Ich schieb mehr. Komm an! Oh, das ist ja! Wir haben uns die Führung gesichert! Ist die auf der Affen-Diplomant? Ich bin nicht zu gesichert! Ich bin nicht zu gesichert! Weg! 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 Sie mussten anfangen, wenn mein Opfer aus der Halle ist. Dann haben sie gewonnen. Nee, da war ich gerade um gar nicht nur B zu zielen. Ich hab schon irgendwann in der Necke geschossen. 7.07. Voilà. Kommen sie los, hallo. Oh Gott. Oh Gott. Spähe unter Direktemgeschuss. Man. Die scheiß Boden. Der Feind ist in Führung gegangen. Die jetzt noch die 1 Minute 30 verteidigen, haben sie ja gewonnen. Lass uns schon rum, die Manten. Füter. Nein. Die 5 Minuten hättest du warten. Gehen wir schon, pass doch auf! 10 Euro. Ist das spätisch? Nein. Das musst du wissen, auf 1 Minute sogar verteidigen. Füter. 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 Da ein ACCNNN tut. Füter. anted? Der Oh, wie viel Kuchle frisst du, Wichser? Das ist doofa, auch echt Russland. So können wir auch... USA... Klanggebossen, ne? Das ist nicht der kleine... Ah... Kommt, die überlaufen, ne? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, dass er in einem Rutschstuhl sitzt. Ich weiß nicht, dass er in einem Rutschstuhl steht, Nummer 6. Weil sie nie zu mir ist. Ja. Ja. Wie ist das? Sie seht, dass er dann ON... Melanie, danke dir. Ich bin nicht Senk. Sie verbrechen chamber! Sie wurde auf inombes StoneEhren im Fall! Herr spirer überbrechen! Zit, nach rechts, nach rechts! Gelächter Blitz, hofft sie, nach rechts! Das hört ja noch aus, wenn ich nachher geht. He he, scheiß. Noch 27 Sekunden, mein Ball. Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Er ist so getrunken. Was ist das? 0-3-5-4. Nein! Magazinwechsel! Frank! Muss nachladen! Na ja, na ja. Maaaal, vor allem, jetzt war auch da der Hebel. Das nennt mich schön, da. Das war Schmängel, das ist nur ein Verbindungsproblem, weil... ...lackt was super mehr. Nur was spart die hier. Feindlicher Wächter ist aktiv. Wächter wurde eingesetzt. Verbündeter Wächter online. Oh! Okay! Mehrere Ziele hier! Da! 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 Ich wusste schon ich auf den Hülverstehen, weil das so geschehen ist. acceptance und counseile warse clean. Um zu Krieg zu korrigieren. Den Kniemel befragt mir. hinter dir stehe unter direkter beschutzt das spiel am beispiel 14 Euro xd 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 Sehr gut. Ich hab dich nicht geschlossen. Ich höre nur Erzähler am Hintergrund jetzt. Hallo? Ich spiel doch gar nichts. Wenn sie könnten ja jetzt noch, oder? Von vollem Spiel aus können sie doch noch eh machen. Ja, ne? Oder auch so in den 3 Sekunden rüber. No, gleich dann. Das Zielgebiet sicher. Stellung im Weg. Sofort sicher. Lade nach. Häää, das gibt noch eine Minute für? Du hast gedacht, das ist ja vorbei? Ich bin jetzt noch 20 Minuten. Die Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Zielgebiet sicher. Ich bin der Schuss. Lade nach. Mehr verrückte Weg sich jetzt schielen. Zum Schluss. Wir sind unter direkten Beschuss. Geht zu den nächsten Stellung. ja 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 Hör auf! Äh, die Zugrütten... Hör auf! Hinterhaltes Perimeter! Magazin wechsel! Verloren! All's up! Die Stellung wird verlegt! Bereithalten! Kein Beschuss! Kontakt! Jaa... Stellung wurde verlegt! Zielgebiet sicher! Feindlicher Rechter ist abliegt! Ich hatte gebrochen! Ist der Kluz? Ist der Kluz? Der Kluz? Der Kluz? Der Kluz? Los in Deckung! Los in Deckung! Der Kluz? 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 Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen können. Ziele überprüft Wir haben die Führung verloren. Die können so gewinnen werden. Und er kommt! So! Oh! Das ist das OG Nein Ich dachte, ihr könnt von euch Ich dachte, ihr könnt von euch haben Könnt ihr nicht einfach lange OP schießen Musst du Motser 3 OP schießen Feindlicher Wächter im Einsatz Ich hab was abgekriegt Ich lade nach Die Stellung ist verlegt Bereithalten Direkt im Beschuss Feindlicher Wächter ist aktiv Garnsegelisch Du guckst uns aber an Ich seh das nicht Du guckst hierher Und da ist ein anderer Böbchen Maaann Zu viel viel Kämter du event Kann das nicht hin Der du event Hat was abgekriegt Stellung kompromittiert Im Bereich sicher Schuss Inhalte Direkt im Beschuss Verbündete Tode online Feinde innerhalb des Perimeter Färger haben direkt ins Perimeter Schöpfen gefällt Schöpfen 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 Garnsegelisch Schöpfen Stöhnen Schöpfen 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 der wäre erledigt ich lade nach der gebiet aktualisiert zur stellung begeben die 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 Nee. Okay, da tue ich einfach mega scheiß gegen ihn. Ich bin in das Hand geklatscht. Wie macht es das Putsch hier, wenn sie vorbei kommen? Die Stellung wurde verliebt. Einer hat es erwählt. Das steht nur so. Stellung wurde verliebt. Zielgebiet sichert. Der Schuss. Oh Gott, Junge. Ja, natürlich. Ja, vielleicht nicht. Oh, das geht so ab. Na, vom Temp. Ja, vom Temp. Die 6 ist für die Gonzane. Ja, Fache. Die 6 ist für die Gonzane. Fache, ich weiß nicht. Es ist ein Fuss, Thief! Ich werde hier drüben beschossen. Ich schnapp bitte Geld für den Klo. Gebt ihr Rückendeckung. Du lernst dazu, wie die... ...werft die Hand von dem Mund. Ich weiß nicht. Achtung, 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 Achtung! Wechsle das Magazin! Fall mal rauf, die Aufregel. Hm? Die stetige nächste Stellung! Bereit haben uns die Klo gesichert! Das ist für meine Kumpels! Boah, ist schon noch im Zug vor ihm, das ist nicht schön. Proximiert Kill! Noch eine Minute! Stellung optimisiert! Den Bereich sichern! Weitere Schlagen in Berlin! Wechsel das Magazin! Wechsel überfliegen! Wir haben in den Weg zu verordnen! Die Schlagen nach! Beine in der Hand des Perimeters! Prö周! it lacht doch! Wir haben in den Weg zu verordnen! Genau! Wir haben in den Weg zu verordnen! Wir haben in den Weg zu verordnen! Bereit halten, der Feind ist in Führung gegangen. Mein Gott, wie groß. Gott, wie groß. Gott, wie groß. Fuck you, Betta, Schokola. Lumpf. Das ist ihr Freund. Bei dem blauen hier. Wie Hans von der Alp. Das war aber ein echt, echt netter Junge. Ganz scheu am Anfang. Aber... Wie groß dieser Typ ist, einfach. Und jetzt, jetzt machen Sie auch ein kleines Interview. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich werde es auch nicht jedes Wochenende angucken. Was machst du denn überhaupt? Habe ich den Becken das auf. Was machen sie denn, Mama? 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 Was machen sie denn jetzt? Jetzt kommt die Decke. Ich kenn dich mittlerweile. Der Decke hat sich zu gesund abgehend. Ah, ich verstehe, ich werde sehr gute Motive wollen. Ich kann einen anderen Teil über den TikTok daraus steuern. Warnung über den sensiblen Inhalt. Das heißt jetzt einfach, dass ich ander lüb. Aber jetzt schaffst du aus, dass ich meinen Stream angestellt für bloß die Urhe zu sehen. Dafür dürfte es gar nicht kommen. Ich weiß nicht, was ich probieren muss. Ich kann mal einkehren und schreibe auf meinen Laptop gehen. Das musst du sagen, Marcel. Wir haben alle ihre Konten gehackt, wenn sie in einen Procure zerfischen. Ich stehe da hier schon so. Das wird aber schon immer. Wie geht's mir? Der steht in meinem Hals. Wie geht's schnell vielleicht? Mach doch einen von Oli's Leaving Stream. Das ist echt schön. Mein Gott, echt? Weil er nicht mit Sonny Loops zusammen. Gibi, jetzt hast du Alessandra. Da. Zum Regen. Alessandra, das war die ganze Zeit jetzt in der Aufgaben. Du bist so wenig und ihr schwarz zu gehen. Hier zu flammen. Hallo. Marcel, mach du mal sch... Du hast... Du hast... Du hast... Die Geschichten aus der Gruppe. Ach okay, super. Du bist das fertig gegangen? Wir müssen das jetzt beschweren. Nee, also Alessandra, er will unbedingt mit dir reden. Jetzt bist du da und jetzt schläfst du der Halt. Was? Oh, keine Ahnung. Wie ist das? Anstatt dass du jetzt mit ihr bist. Ich hab noch alles freischolten. Positiv oder negativ? Positiv oder negativ? Also wie meinst du die Schräger? Nein, du hast Bambusleikum. Nein, du hast Bambusleikum. Ne, aber du schläfst. Gubber ja noch eins, ne? Ja. Gehintertschrittgeräusche. Ah, Totenstille. Cool. Du überschätzt dich, Salva. Du überschätzt dich. Du überschätzt dich. Ah, cool. Ähm. Du überschätzt dich, ja. Totenstille ist schon mal extra. Nicht als, ähm, Ability. Aber da ist ein guter. Ähm. Wenn sie nein sagt, dann denk ich ehrlich. Ähm. Sie sagt so, sie kennt mich schon. Sie weiß schon, was sie sein. Das ist gut. Warum sagst du sie mal? Das ist mal du, Elisabeth. Ja, das ist gut. Äh, meinst du das positiv oder negativ? Schön, ist das positiv oder negativ? Das bleibt eigentlich nicht so, mach schön. Mal wieder. Und einfach. Ich dachte, dass ich das mache. Jeder sagt es dir, jeder sagt es dir und du denkst, ob es irgendwas besser macht. Überraschungen sind der größte Schmutz. Ich habe gesagt, du willst eine Heiratsanfrage auf einmal zu meinen. Ich habe gesagt, du hast mich nicht gesehen. Ich kann mich nicht wissen, denn ich habe mich nicht gesehen. Ich kann mich nicht gesehen. Ich habe Pumda-Singen-Shop für so einen Pumda-Twitch-TV-Kullover. Wenn er einschläft, dann geht er einmal kurz raus und ich schreie so laut ins Mikro, dass er vom Stuhl fällt. Nein, das glaubst du nicht. Ich meine, wir träumen, dass sie mir. Ich glaube nie, kommt nicht mehr. Sie haben gewonnen, dass sie es gerade ist. Ich bin mir so gut. Sie sehen, dass sie mir so gut sind. Sie sehen, dass sie sich gut ausprobieren müssen. Aha Es ist doch ausfallen, aber die zwei Indien fallen Ich glaube nicht, ich glaube nicht Ich glaube nicht, ich glaube nicht Ich bin jetzt schon wieder aufschauen. Ich bin jetzt schon wieder aufschauen. Ich bin jetzt schon wieder aufschauen. Ich verstehe nicht mehr. Hä? Ich verstehe nicht mehr. Wieder schriegen wir. Ah gut, wir haben gepackt. Jetzt muss ich gucken. Ah, ok. Verdammt. Verdammt. Sie sind schrecklich. Im Text darf ich nur etwas nicht verstehen. Ja. Ja. Das ist die Ausstellung für den AIM-Assist besser gesagt. Ja. Und was mich heute erstaunt tut, du hast in der Ausstellung beim AIM-Assist vier zusätzliche Funktionen, wo sie kannst ausstellen wie dein AIM-Assist am Spiel aus. Du hast einfach den Standard, Präzision, Fokusiert oder Black Ops. Und dann ist jetzt die Erklärung davon. Und da steht dabei mal eine Ausstellung mit dem NUM-Konzentriert. Nur mit den Fünsten nicht an der Licht, weil es ja auch fokussiert und konzentriert ist nicht an der Licht. Ja, ja auch gut. Oh, sie wirst du schweig werden. Oh. Eherbuch. Eherbuch. Das war's für heute. Das ist ein Fizzerain. Ich habe das Fizzerain. Ich habe das Fizzerain. Wenn du nachher kommst du? Das muss erstmal ein Schleier und das ist das Prinzip du musst verstehen. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. und wenn es die Ausgabe gibt, dann ist es ein Ausgabe. Das ist eine Ausgabe, die ich auch dazu mache. Ja, ich hab das nicht so. Ich habe keine Ausgabe, dass ich nicht so. Ich habe keine Ausgabe, aber ich habe nie können. Ich weiß nicht, dass ich das nicht. Nein? Hier, ich bin in der Nacht, und Pedro hat gesagt, dass er sich so. Er ist, dass er seine Hälfte. Der ist schon ein Kabel, er hat einen Kabel gelegt, und wir sind hier ein bisschen sicher. Wir haben hier noch einen Kabel gelegt, um ein paar Mal nachher zu bringen. Also haben wir die Kabel. Wir haben hier einen Kabel. Wir haben hier einen Kabel, aufzuhören. Wir haben hier diese Gangster, manfen, wir haben die Kabel ... Da ist er die Sache aus ... und ... das ist er ein Bild von Eisen Habtschack, denn ... Das ist ein Bild von Gatiana Graus. Wohl ich war dann zum Beispiel mit das Wort zu ... Ich weiß, er ist eine ... Bis morgen wird er kommen. Keine Ahnung. Appelle-moi! Wenn er da ist, dann kenne ich sie. Ich will ihn sehen. Ich war so, dass ich es tun kann. Es ist so cool. Ist doch ins Bett und hier schlafen. Jetzt aber die sind so leid. Hm, genau. Müde? Du bist müde. Ich bin da, als wärst du in Kuma. Du musst nachdenken. Mit der Decke bis zum Kinn hochbeziehen. Jetzt ist es in einer Relosexion. Ich gucke mal. Ja, normalerweise ist er ja auch wach bis morgens. Ja, normalerweise ist er ja auch wach bis morgens. Das ist, weil du keinen Honi trinkst. Du hast Energie, ne? Du hast Energie, ne? Du hast mich geholfen. Ich gucke mal. Du hast dich geredet. Ich gucke mal. Du hast mich geholfen. Du hast mich geholfen. Du hast dich geholfen. Ich gehe immer ruhig, ich gehe immer nach dem Kopf, ich gehe immer nach dem Kopf. Weil die werden die Kinder zu schicken. Was ist aber schon? Was hast du gesagt, wenn ich mich nicht so? Ich wollte schon sagen, Alessandra, ich rede mit dir. Er steht mal erst auf gegen 12 Uhr, vielleicht. Nein, nein, um 45 Uhr. Leg sie hin. Leg sie hin. Bibi, leg sie hin, bitte. Ich gebe dir die Zeit. Oh, ich habe eine Geschichte. Ich habe einen Mann. Ein Mann, ein Mann, aus meinem Discord. Ich weiß, dass du Dich das ist, aber ich weiß, dass du Dich das ist. Il m'a écrit qu'il va sortir de mon distort. Il a beaucoup réfléchi, mais il a pris la décision. Moi, je me suis dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu ton problème. Oh, je t'envoie le texte. Ja, 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 ja. Je t'envoie le texte. Je t'envoie le texte. Je t'envoie le texte. Je t'envoie le texte. Il y a eu ton de notes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 er hat sich mal meinen namen gemerkt ja ich war gestern pascal heute bin ich das finde ich gut dass man das mit dem ich kann ja es nix gemacht als andere aufmann war so klein kommt permanent singen rüssel auf die boden geheilt ist ja ich hatte ich der drüge schlur wird kommen doch das wird für den schönen das bei dir macht es Ich hab meine Dampfe in der Hand und hier ist mein Mikro und wenn ich dampfe, dann hört man auf. Hast du dir den neuen Afterfilm angeguckt Alessandra? Ich hab mir den zweiten angesehen und da hat er nicht verwendet, die Bücher sind besser und die haben meine Bücher. Ich hab nicht mal die Bücher fertig gelesen. Ich hab sie hier auf drei Sprachen angesehen. Die haben mich sehr sehr gelanget. Watsch. Ja, watsch. Ja, ich hab ihn heute noch. Aber die Bücher sind besser als der Film. So, Panna, komm wir rauchen noch eine und der geht's offline. Ich wieder. Anschau. Hast du jetzt eine mit Panna gemeinsam rauchen? Ich möchte mit Panna jetzt eine gemeinsam rauchen. Bibi hat aber noch 10 Minuten. Aber Bibi hat noch 10 Minuten. Aber Bibi hat noch 10 Minuten. Aber Bibi hat noch 10 Minuten. Ich möchte jetzt eine rauchen und äh, ja. Bibi? Das ist eingeladen. Ja, ich hab ihn eingeladen. Ja, ich hab ihn eingeladen. Das ist eine Ausnahme. 10 Minuten hast du nachher gezogen. Nee, Kim, das ist eine Ausnahme. Ne, ich hab ihn eingeladen. Nein, nein, nein. Guck hier hin. Bibi, Bibi, Bibi. haben wir noch Zeit bekommen. Bibi, Bibi, Bibi! Das nennt man Anstand. Bibi, Bibi... Moment, wir machen jetzt kalt. Nein, der hat dich eingeladen, Oder hau ich nicht von verabschluhen. Und dann? Wenn jemand mich einledet, von der Brücke springt, willst du mit? Ja, das ist eine Einladung. Also wenn ich den Menschen gerne habe, würde ich nicht mehr machen. Würdest du mit mir von der Brücke springen? Ich nicht. Boah, Scheid, ich habe mir den Augenlauch verbleiben, glaube ich. Ja, weil du keine 4 Minuten gewartet hast. Denn wenn Dylan zu dir auf Arbeit kommt und endlich auf eine Zigarette endet, dann geht es ja auch raus. Eigentlich habe ich noch 20 Minuten Arbeit vor. Also Dylan, das kriege ich nicht mehr? Ja, oder was? Nee, ich gehe nie auf in der Arbeit. Ich brauche danach um auf die Weg nach Hause. Ja, ich brauche das. Ja, ich brauche das. Was sagst du? Ex-Junkie? Ja, ich meine nicht Wind oder Tor, aber weiß nicht. Was? WIEC! WIEC! Ich glaube das auch nicht. BEEAHH! auf was spielen wir jetzt mit dem clown ich hab ja nicht ich glaube ich hab auch so klauen was gibt es noch warum man so ein clowns kostet ich hab ja auch nicht ich weiß aber wenn man jetzt ein clown hat muss man an clowns kostet ich hab damals mir erlaubt es bekommen alessandra mit in die stadt zu nehmen das erste mal glaub ich ne warst du mit mir allein in der stadt ich bin mit dir weggegangen ich hab dich in schutz aber ich war aus angst nie wieder in dem geschäft aber ich hab das klaut immer noch ja ich hab alessandra da zum gängst die jungs sind schlimm oder was ich bin keine herzensprecherin ich bin keine herzensprecherin und ich bin keine herzensprecherin wenn ich mir die pennyweiß maske rolle kommt dann trotzdem auch nicht im werk um das ist lustig mit so einer maske das ist der grund wieso du nicht in mcdonalds geht ich mag einfach keine clowns die sind lustig wo ist mein kabel alter nein es sind schon bald fruchtgenau es ist wurde denn ja warum mache ich jetzt so ein schlimmer auf die kamera wir gucken nur filme menschen Die von Haifischen gefressen werden und auf Krokodil. Es gibt einen neuen. Die können ja auch gucken. Viel am Krokodil. Zu Weihnachten zieh ich mir den Grinch an. Hä? Ne. Zerziehung. Dann will ich nicht. Nein, dir würde eher das Kostüm vom Scrooge passen. Scrooge? Marcel hast du gemeint, ne? Ja. Die wird ne geschrieben. Ich bin ne kleine Elfer, ne Weihnachtselfer. Die Größe stimmt. Okay, wenn ich jetzt bei Amazon Scrooge, also S-C-R-O-O-T-S-H, Kostüm eingebe, kommen da ganz viele schöne Sachen. Scrooge, Scrooge, glaube ich, S-C-R-O-O-G-Ö geschrieben. Scrooge. Das ist ja mit... Ich mag deinen. Ich bin jetzt hier drin. Ich scheiß nicht rein. Es ist nur wie Cabin allein zuhause. Hm. Hä hä hä. Wo ist es? Seht ihr mein Bildschirm jetzt? Ne. Warum geht das nicht? Keiner, hast du was eingestellt, dass ich keinen kennt? Ah, ne doch. Wir sind hier nicht beim Meeren. Wenn ich jetzt Go-Live drücken will, passiert gar nix. Wir wollen dich nicht mehr, läuft sie. Ne, 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 ne. Wir wollen deine Pornoseiten mitmachen. Warte, warte, probieren wir jetzt. Alexandra ist noch ein Kind, also hallo. ganz schöne sachen ganz schöne sachen jetzt macht er mich neugierig was ist hier los aber nichts 15 euro was ist das denn wie dinger was sind das denn wie dinger wer zählt sich gerne so das ist wenn du scrooge kostet ok Ok kannst du nicht ghostface machen was muss es muss es echt auf meine wischel ist mein gott ich kaufte dir wenn es mal so lange du kein pennyweiß ist cool ich habe meine katzenohren gekauft groß 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 ich weiß nicht ob ich unter der maske mit brille arbeiten kann ja ich brauche alleine schon eine halbe stunde um die scheiß kontakt wenn sie rennen zu ich glaube das lernt man aber mit der zeit naja ich kann da nicht mitsprechen ich habe keine kontakt linsen ein brillenträger du es kommt ab jetzt damals wenn sich mit die katzenaugen kontakt linsen reinmachen musste das war krieg der sterne so ein schweiß aim wie immer nee ah alles andere ich bin jetzt noch mal die coiffen ja ich bin jetzt noch mal ein artista ja ich wollte mal die dinge an der mann die glitzer drücken ja wenn du von ganz weitem jemand wird es kommt jetzt auch die meterzahl draufstehen das ist mir jetzt aufgefallen bei der mp ich habe einen von 50 meter gefüllt ich habe mir verkackt man brauchst die mega kreuz ich habe mir verkackt man brauchst die mega kreuz ich habe mich nicht mehr vertreten ich stehe ein paar Fuss für mich drauf die mega blut und du willst die brunette? ich bin nicht blut ich bin schon blut ja man, ich bin kein blut wie ich das meiste ich bin fast ich bin fast hallo ich bin fast aber ich weiß wie sie ich kann ausschauen Schreibt das nicht hoch. Ich kann das nicht so weit. Nein. Nein. Mein 3 hoch. Ja. Möchtest du das gern? Ja, das auch so. Bisschen Leibernatur. Ich verstehe gern mein Narzis erluckt. Ach, zwar euk, das fährt ja eine Stunde Koffer. Wieso denn? Ich hab jetzt jemand bei dir. Du musst das Blond, bei der Schluruhn, entfieft gehen. Ob ganz weiß, also wirst du mega heilblond. Dann, äh, müssen 2-3 Kuschel groß drauf gehen, für das das greift. Und dann müssen sie gewascht gehen, und dann müssen sie geföhnt gehen, und dann, äh, geschnitten gehen. Und dann sind ich fertig. Okay. Ich hab viel Arbeit. Gut, wenn ich mich glatt, dann muss ich es auch, äh, wenn ich beim Koffer 2-3 Stunden... Wuh! Ja, also... Ja, also... Ja, also... Ja, also... Ja, also... Ja, also... Aber... Dann... Dann hat man das eigentlich richtig nisch, dann bin ich ja Latein, und dann hab ich Latein. Ja, das ist ja noch alles, wie ich schliess, Kröller du will. Ich bin schon hier, und dann nehm ich noch ein paar Kröller du will. Oh, das wird los, das wird ruhig. Das wird los, die Kröller du will. Oh, das wird weg. Oh, das wird es gut. Oh, das wird weg. Es wird sich nicht alles, denn da haben wir gemerkt. ich habe alles gesagt dass ich ihr weihnachtsgeschenke rausgesucht habe und dass du mit dabei warst stimmt ja ich habe ja nicht gelogen damit du dich denn zur halloween verkleidenden stream schminkst du dich dann auch als katze ja ich bestelle mir jetzt noch die kontakt linsen ich versuche sogar mit dem kontakt linsen die katzen augen zu zocken aber das wird was ich kann es dir zeigen ich habe jetzt das kostüm und die ausgabe auf dem schluss ich kann es nicht zeigen ich glaube als andere hat das foto gesehen das foto was ist bei eldoradio auf die bei unserem radiosender auf die erste seite geschaffen so ein katzen augen waren ich war ständig die hand und ich war dann in der disco und habe dann versuch das hat sich vorgeschlagen aua ich muss gerade eben gemeint dass ich teatet hier entschuldig ja wir müssen dann cheaten denn wieso cheatest du dann ich habe doch nicht gecheatet wo cheat ich bin du hast einen controller der cheatet auf meinem bildschirm du glaubst nein das andere guck sie haben nur sophie gesehen niemand hat mich du redest nicht von mir du redest von sophie das ist meine lampe wem gefällt schon sophies gesicht warte wir verlieren charlie wir kennen dann verkleiden wir uns beide zu halloween sich gut ich jetzt pennyweisen dort bist du da muss aber zu dir kommen ich weiß nicht sie kommen ich weiß nicht ich weiß nicht ich wollte eigentlich eigentlich etwas aber 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 ich weiß nicht warum das ist doch auf die eldo radio halloween party gehen guck du kannst entscheiden zwischen normaler katze du wirst es sowieso nicht nicht hier also und feiern zu gehen und da habe ich mit alessandra oh ja wapodekim wollt man dir rausgehen für mit mir feiern zu gehen Ey, wollt man mit mir rausgehen, um mit dir feiern zu gehen? Ja, ja, du wärst der Excus für, dass sie mit mir kein Feiern gehen. Und du wärst aber auch gewesen. Ich geh einfach an Sachen rübergezogen, wo ich nicht will. Nein, Bippo, du gehst ja mitfeiern. Aber Kim geht auch mitfeiern. Und du bist halt das Alibi. Ja, und ich mache Fotos und Postes. Wolltest du das? Ich hab mich gefickt. Er wird gefickt. Ja, er wird für ein paar Tage wieder verschwinden. Ja, ich lieg ja nicht. Er wird wieder in den Keller eingesperrt. Ja, Kim macht das nur schlimmer. Der sagt, er wollte mit mir rausgehen. Du kannst auch mal nie leben, ob wir an der Kino einvergehen. Für die Halloween-Neuten. Wapp, lad mich ein in dein Match. Du bist zu gut. Jetzt werde ich ihn in den Wappen gucken. Warte, ich komme. Ich lad dich ein. Jo, auch Süße. Bibi, du hast eine Tendenz, Alessandra immer zu überreden. Hörst du bitte auf damit. Du brauchst zu überreden? Alke, jedes Mal, wenn sie was sagen will, laberst du dazwischen. Oh, tut mir leid, dann stumm ich mich. Nein! Das hat niemand gefragt. Das hat niemand gefragt. Ja, echt. Typische Italiener. Sofort das Drama. Nehmen wir dann mal da. Also, keine Ahnung. Pür zue puour Halloween-Party nochmal. Wir müssen schaffen. ich hab's nicht gehört ich spreche mir zu ich bin schlecht was ist ein stress regelt wir hin die kinder die motivation die maße du musst mir bescheid sagen weil dann bestelle ich die kontaktlinien die katzen ohren habe ich schon dieses schleifchen ist auch also ich kann entweder ein schleifchen so anziehen oder ich kann mir eine marke an eine kette hängen meint keine ahnung musste ich halt komplett als katze verkleinern ich habe bei mir das kostüm und die maske halten also ich ziehe mich halt komplett kaufen ich halt nur nicht ob das passt mit der brille unter der maske hat er wird auch nicht mehr jünger braucht meine brille ist ja schon seit keine ahnung wie viel aktiv also mir ist das egal aber katze ist halt das einfluss naja dann weiß er was du zu tun hast du kannst mich auch selbst schminken und da wir reißen das jetzt musste denn aber auch diese diese katzen fühler dinger diese katzen habe die nase kleben das sind schnurhaare katzen fügel ja da schnurhaare ich kann grad nicht auf den namen katzen fügel ja was weiß ich menschen das ist ein katzen fügel wie viel hast du gerade nicht ein menschen entschuldige ich hab mir das geblickt warte da schlafen ich hab mir das zu viel früher war ich immer als hermene granger verkleidet das ist die maske das ist wieder mein eigenes wesen ok und mein umhang von wiffen da wo ich ne slithelnden letztes mal hat jemand gesagt alexandra ich wäre ne haffelpuff ich ja ich hab ich ich hab in den harry potter lan am hauptbahnhof habe ich auch mal den hut aufgesetzt wo jona hatte da kam auch haffelpuff raus stark ja hab ich zu ihm auch gesagt ich bin auch kein haffelpuff ich bin slytherin mischa meint zu mir ich bin die geborene haffelpuff egal nein bist du nicht schon als haffelpuff? warte ich kenne, weil ich es nicht kenne ich hätte eher wavenclub ich wär gern wavenclub auch haben sie cool cool gell manch kriege ich einen getötet in dieser hunde was ist denn da? hm? verspüren oh i kaff in schweißen aber rave oh granate oh granate kleine dich komplett ein ich sehe schon die abo ist aber eine richtige musik erklärt sich was gar fehlt dann hast du auch abendessen kannst du damit der seine sitze ich weiß jetzt schon wenn ich mich als katze da hinsetze dann kommen die setze du bist aber eine schöne musik das ist aber eine schöne katze komme ich zeig dir eine richtige katze ich sehe dass dein kostüm schon eskaliert ich kaufe mir das jetzt mit dem glöckchen oh mein gott das ist die katze oh mein gott alles noch kauft ihr das kauft ihr das wie cool ist das denn also was er rasiert ich kann nicht mal das hier ich glaube ich kaufe mir das glöckchen das sieht voll süß aus das spiel hat mir die camera gebracht also ich gehe mal davon aus dass sie mir das gut beigebracht hat siehst du das glöckchen ich glaube ich glaube ich glaube also die ohren habe ich ja eigentlich schon aber ich möchte das glöckchen haben kannst du nicht das rein finden nein leider nicht ich brauche halt den glöckchen aber ich möchte ein glöckchen haben das ist das ist das ist das ist das ist das ist mein glöckchen nein weil wenn ich das noch mal wenn ich das anziehe werden so viele sexwende bemerken ich habe mich gerade indirekt eine hure genannt habe ich nicht gesagt habe ich auch nicht behaupten frauen frauen lieben es halt diese aufmerksamkeit zu bekommen ja ich zieh mich an wie eine schlampe aber niemand darf mich so nennen ja ist aber oft so wenn frauen rausgehen die deathmatch alle feinde müssen unbedingt eliminiert werden ich halte mich raus alessandra soll ich jetzt eine diskussion anfangen oder soll ich die klappe halten sonst kommen die sich flot du weißt es wird eine diskussion auf lebenden tod wenn ich jetzt den mund abmache okay dürfen wir euch sind auch fuck boys nennen wenn ihr euch so bin das ist ich war mal einer kannst du gerne weiter so nennen die verschiedene die sich ja durch die halbe stadt ficken und dann noch stolz drauf sind aber wir ziehen uns dann einmal anders an und wir sind sofort die schlanken obwohl wir uns nur so anziehen weil wir uns wohl fühlen und hübsch fühlen sind wir sofort schlanken nö ich ja auch in dem punkt habe ich mich rausgehalten dazu sage ich meine eigene meinung die verbündete drohne online bei mich sind nicht alle frauen die sich so einziehen schlamm seid ihr schon mal auf die idee gekommen dass sie einfach dieses hellwien dinges machen ein von guten content zu bringen nicht um im mittelpunkt zu stehen oder angeflirtet zu werden von diesen kleinen flach wichsern aber ob man weiß dass man dieses risiko eingeht da darf man sich auch nicht beschweren tue ich ja nicht aber denkst du ich finde das toll dass jeder zweite typ mich fragt ob ich einen onlyfans das hat wo er nicht mehr nackt sehen kann und auch mit jackson kann ja gut aber ich habe twitch nicht angefangen um die wichs vorlage zu sein von typen das heißt ich muss mich wie eine nolle hier hinsetzen wie der letzte penner damit typen nicht auf die idee kommen sind mich eine schulige schlampe anzusehen ich bremste ich so auch schon ich frage es nur ich frage es nur ich frage es nur ich frage es nur wir haben zwei fuckboys hier drin deswegen frag ich wie wir da? zwei ex fuckboys deswegen frag ich ich bin jungfrau ja aber es gibt einen ganz klaren unterschied es gibt einen ganz klaren unterschied wir stehen dazu die frauen machen es aber sie stehen nicht zu dieser these ich bin cesamann zu was genau soll ich denn stehen? ich zieh mich hübsch an weil ich mich hübsch finde und jetzt bin ich eine schlampe? nee das meine ich ja nicht aber man muss sich bedenken wenn man sich in einer gewissen weise anzieht dass man auch gewisse kommentare erzielt warum? 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 du kannst mir nicht erzählen dass die frauen nicht absichtlich das rausziehen auf solche kommentare du darfst doch nicht alle frauen in eine in eine schublade stecken weil ich kann nicht sagen alessandra und ich sind nicht so wir haben die führung übernommen wer wer bist du oder wer seid ihr männer um uns eine schlampe zu nennen oder uns als schlampe zu titulieren obwohl du keinen plan hast wer wir sind nur weil wir anders angezogen sind weil wir ein bisschen leichter angezogen sind und ich geht jetzt auch für alessandra ich bin mir der meinung und ich bin mir sicher sie ist meiner meinung wenn nicht kann sie was sagen also ich hab da meine eigene meinung ich halt nicht raus das ist so ein richtiger männer scheiß ne weil ähm ihr könnt ja ja wenn ihr darauf stolz seid und fuck wollte ich sein es gibt auch frauen die sind sonst noch eine schlampe zu sein aber nur weil ich mich jetzt hier hinsetzen würde mit einem dekolleté und so heißt das nicht dass ihr das recht habt nicht eine schlampe zu nennen oder mich als schlampe zu sehen oder warum muss ich mir dann ein kommentar anhören ich würde dann da sitzen wie eine schlampe oder so verstehst du was ich meine ihr männer oder frauen sich das recht raus weil ich hier in einem dekolleté sitze zum beispiel mich dann keine ahnung anzumachen um zu fragen ob ich den onlyfans account habe warum muss ich damit rechnen dass die kommentare kommen wie wenig erzogen sind die menschen ja gut das ist einfach charaktersache wenn verschiedene so darauf reagieren nein ich finde dann bist du einfach nur ein unerzogenes schwein wenn du so reagierst wenn eine frau an mir so vorbeigeht und sie hat einen minirock an und mega dekolleté denke ich nicht ich würde auch nie zu alessandra sagen die dann bei mir ist würde ich sagen hab dich auch nie getan guck mal die sieht aus wie eine schlampe oder alessandra ich habe höchstens dann mal gesagt oder ruck ist aber ein bisschen kurz oder ich würde den ich bin so gut erzogen und wird nie einen fremden menschen kommentar so in den kopf werfen ich muss dann schwein sein ob dieser welt dann bin ich vielleicht anders ich lade nach also kämen die mal kurz mal den wind aus dem säge zu nehmen ich kann deine meinung auch komplett versteht ich glaube sie unterstützt auch ein bisschen meiner meinung gehe ich mal ganz stark von aus ich kann deine meinung voll und ganz verstehen so es sind auch 80 prozent der männer auf twitch so wenn die wie eine frau sehen mit ausschnitt oder die ihren arsch in die kamera hält und dabei irgendwie kocht oder was weiß ich dass sie halt gerne mal tier 3 sub für sechs monate spenden oder so aber es gibt auch männer die auch so denken wie du weil ich meine ich sehe tag täglich frauen die ausschnitt haben die mini rock tragen die leggings tragen oder was weiß ich so und die fühlen sich halt wohl ich meine ich war mal ein fach voll gebe ich zu ich habe auch jeden monat eine andere gefügelt gefühlt aber ja das ist alles vergangenheit deswegen habe ich ja gesagt ich fühle mich da nicht angesprochen ich habe da meine meinung ich sage ja auch nicht dagegen aber man soll ich sage immer nur wie man sich nach außen repräsentiert muss man auch mit der gefahr leben dass man auch diese negativität abkriegt das ist die gesellschaft ich sage es ja nicht aber ich sage nur wenn du dich nach außen so präsentiert musst du damit leben wenn du damit umgehen kannst ist ja okay aber wenn du nicht damit umgehen kannst ich damit leben warum könnten warum könnt ihr nicht gut erzogen sein ja gut das ist halt die generation von heute keine erziehung genossen hat ist es euer problem wenn ihr solche schweine seid ist es euer problem ich bin nicht so ein schwein ich bin arschloch ja aber ich sag nur wenn dein verhalten die sonst auch dein verhalten verbunden nicht auf mein aus bei gebe ich wird wohl nicht recht wenn ich die letzte schlampe draußen du weißt ja gar nicht was der hintergrund ist wenn ich mich benehme wie eine schlampe okay okay dann hast du es ja dann sucht sich ja aber wenn ich im stream sitze und ich bin angezogen mit dekortee okay und ich hab diese kätzchen klingeln an und die kätzchen ohren und dann fragt jemand mich ähm keine ahnung da ist äh irgendwie keine ahnung die richtige blöden die sich ausfallen an die letzte schlampe ich benehme mich nicht meine schlampe also hast du was zu sagen ja gut aber du hast ja auch die frauen die selbst schuld dran sind weil andere frauen sich so benehmen und dann glauben an andere jungs du wärst auch so wie die frauen drauf aber warum weil die frauen sich so benehmen verschiedene nicht alle aber wenn ein typ ein fuckboy ist seid ihr dann alle fuckboys? ja aber das ist ne gleiche reflexion die ich dir jetzt mache wir fallen einer wir Frauen sagt ja auch immer wir Männer sind arrogant warum tust du so einen auch arrogant was denkst du wer du bist was michst du dich jetzt ein? nein das gibt's auch das ist ja nicht wichtig ist aber wichtig es ist auf beiden seiten das deutsche ja baue ich jetzt das ja mit dem aussehen baue ich jetzt das ja mit dem aussehen baue ich jetzt das ja mit dem aussehen baue ich jetzt das ja so mit dem aussehen das denke es einfach nur die die heutige generation ist einfach nur notgeil wir leben in der wegfährt Gesellschaft und dementsprechend benehmen sich die meisten kerle so als wenn sie der übelste babu sind übelste player sind und denken die würden jeder älter abkriegen und denken gleich wenn so eine frau sei mit dick ausschnitt und so ja die präsentiert sich ja eh nur und da gehe ich gleich mal ran so denken die meisten halt heutzutage es gibt wenige ausnahmen inklusive uns weil ich glaube nicht dass panda so ist das bebo so wie in dem stream gehen eine alte sehen ob die jetzt nur ausschnitt zeigt oder einfach da halb nackt vor der kamera sitzt dass die da reingehen und sagen war voll geil und ich würde die am liebsten flach legen aber die die gehen da halt mit respekt daran klar denken sie sich das für sich aber die wunde ist niemals in den chat schreiben von wegen du bist so geil ich schicke dir meine adresse und du kommst vorbei oder andersrum also es gibt sehr wenige ausnahmen heutzutage ich krieg das ja auch am laufenden band mit ja aber wie gesagt ich kann deine mann verstehen da bist du nicht die einzige da habe ich mich mit sabrina auch schon drüber unterhalten wo ich gesagt habe ich verstehe ich werde nun stoppen schlampe genannt das sind einfach kerle mit einem geringen selbstwerten gering ego wie auch immer die denken die sind der übel zum bau wenn sie sagen oder bis über sich schlampe so und ich meine das sind bestimmt solche typen die vom pc sitzen keine ahnung 150 kilo schwer pickel fresse und drei pizza kartons auf dem schreibtisch so und haben draußen keine freunde weißt du die sind halt internet rambus wie man sowas sagt so im richtigen lebend würden sie sowas niemals zu einer frau sagen weil sie ihre drei schamhaare beschützen müssen die kugel sie aus der ferne oder die würden gehen an die herankommen also wenn du mich nicht schlampe dann hörst du mich auch an ich rede nicht von dir ich hab jetzt generell geredet von daher ist es ein bisschen über den kam geschiebel hier so ein bisschen aber das machen wir man ja ähnlich wir sagen auch ja auch keine ahnung gefühlt alle frauen sind nur aufs äußere bezogen nur auf dick geld und keine ahnung es gibt auch wenige ausnahmen denen das scheiß regressiert die heid aus innere achten in einführungsstrichen wie man so sagt aber jetzt auch so eine verlassung zuerst die optik nicht stimmt das aussehen der charakter hält jahres hübsch die kanzlerin ich denke also ich habe auch nicht schon sehr oft frauen kennengelernt die schon was im kopf haben wir hatten die nicht schlecht aussahen aber der charakter trotzdem mit dem konnte ich auch angenehm aber hier hat man halt eine gewisse art an sich so eine gewisse art von keine ahnung wird eine komplett andere zukunftsansichten oder waren noch kind im kopf aber halt reif fürs alter klar aussehen zieht an der karte jetzt ist irgendwo schon richtig wenn eins von beiden nicht passen aber jetzt war schon wieder auf einer ganz anderes thema und ja kem es gibt kein mann das recht so was zu sagen genauso wie frauen es gibt keiner frau das recht über uns kerle im allgemeinen so her zu ziehen ich glaube gar nicht was ich für geschichte noch arbeiten manchmal höre die buchten abteilung gesteckt werde weil andere das ist halt einfach nur weil sie merken alles klar die die wollen sie im stadt machen und merken dass das bei den extremst wie kommen an die ich an dich nicht an so und dann bist du ja gleich die schlampe weil ego verletzt und so sind die meisten männer weil die kerle sich nicht anders zu helfen müssen ja aber gehen kerle in die welt und sie denken sie wären sie noch was schlechthin oder wie sie wären das geschenk gottes auch heute tage siehst du ganz ganz viele auf den straßen fahr mal nach berlin fahr mal nach frankfurt dann siehst du die ganzen babos die denken die wissen player von daher ich habe es ja schon oft gesagt gibt da keinen scheiß doch oder gibt dann scheiß darauf was die leute schreiben oder sagen wir immer du weißt wie du bist die leute die dich kennen wissen wie du bist von daher war drauf mir wird auch so oft gesagt obwohl das nicht stimmt dass ich bestimmt keine ahnung alle zwei tage eine neue haben könnte das stimmt nicht ich auf der straße könnte ich niemals eine frau an quatschen so ist auch über ein kam geschere nun weil ich mir bestimmte optik ab so piercings und tunnel und alles nur heißt das gleich ja hier aber mich interessiert das ein scheiß was die anderen leute über mich denken oder sagen die leute die mich kennen die wissen wie ich bin ich meine du hast mich ja auch schon kennengelernt genug davon erzählen was das heißt über aussehen verurteilt zu werden also schwarzer hat man kann einfach nicht er ist immer statt aber also ich sage seit ich seit kinder sollte am weiß ich was das heißt verurteilt zu werden nur anhand vom aussehen damals auch als harry potter bezeichnen also auch schwarzer hat man nicht einfach es nur ich war ja das ist ein thema da das ist ein fass ohne boden aus einer leichten diskussion wird schnell ein straight thema oder raus der versuchung wie seine meinung kund zu tun und ja er kann sich gerne mit sabrina an einem tisch setzen bb ich soll dir sehr viele liebe grüße von matt geben er hat darauf gewartet dass wir beide heute streamen also ich kann mich da in den tod diskutieren ein thema fass ohne boden sind einfach menschen die nehmen sich zu viel raus weil sie denken sie werden gottes geschenk und das fühle ich überhaupt nicht ja hat das ist von beiden seiten so bin sowieso der meinung leute die sich übernehmen sind nicht genug geschlagen worden als kind hätten viel öfter die fresse poliert bekommen ganz ehrlich die generation von heute die brust bloß einmal von den krieg verpflichten koppelhase warten nicht ein kerl von jetzt von früher es war nicht die heutige generation er hat aber gedacht er ist der übelste player ja ich weiß danke was denn wenn du mir sollen wenn du mir so ein kompliment macht weil ich danke dir vom ganzen herzen player style meilung sexy mädchen hier alles ist da mal wenn du mir so weitermachen nenne ich nicht nur noch kann man du kannst dich auch von mir aus lieben gerne jigoro nennen i love that nein spaß ich wollte eigentlich vor einer halben stunde schon offline gehen war die anaconda magst du mehr oder anaconda so ein geräumt in einer rolle baby nein 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 dass ich sie gerade in der hand nein ich habe schon gewahrt nein nein um 15 wirst du 15 laden was um 15 0 uhr 15 nix sie hin sagt du gehst auf toilette er weiß er weiß dann würde er mich verarschen was du nicht weiß macht macht dich nicht du weißt ich will dir nur helfen weil du es komplett übertreibst was denn so wie meine schotten am tag wie viel geld gibst du im monat aus für zigaretten sachs noch mal 600 kippe ja deswegen ja ist komplett am eskalieren ich habe pro monat vielleicht genau 60 euro 170 wie du bist du hast ja auch ein schuss eine eine schachtel hält bei mir eine halbe woche doch ich hole immer die 40er packung ja aber auch nur größtenteils wenn ich zu hause bin nein ich arbeite auch hallo naja eine packung kippen mit 25 hält bei mir so ein tag eine also ich habe jetzt eine hallo kiste mal an ich habe jetzt eine 29 stück drin da habe ich mir heute samstag ja ich bin donnerstag gekauft da sind jetzt noch drei sechs acht stück drin da ist die kamera ich habe die hier im februar gekauft und das sind noch drei stunden ja du bist ja auch offiziell nicht rauchen das zählt nicht also die kippen zählt definitiv ok ok seit ich die hier habe wann habe ich die gekauft wie lange hält bei dir so eine wie lange hält bei den elf bar ein abend wenn ich sie alleine rauche oder mit einem ne wenn du sie alleine rauchst logischerweise ich rauche nie alleine ich teile also jeder darf der kein herbes hat ähm vier monate ich hab mir fünf unterzüge ne sechs unterzüge du bist doch offiziell nicht rauchen die hier die kartusche hier die kartusche hier habe ich seit einem monat der elf bar die hält bei mir anderthalb tage ja teilweise nur ein abend ich hab ja noch nicht mal nachgestellt also und die hier sind eigentlich größtenteils level kevin halte sie mal so in der webkern die drei einmal blueberry einmal irgendwas mit melonen und einmal zum beispiel genert die farben das ist zufällig nach jörner die extrem fette werbung das macht es war auch erkennt trotzdem ist so offiziell nicht drauf ist also raus ja ja aber ich rauchte alessandra wie oft hast du mich rauchten gesehen so ich glaube ich habe öfters mit janik gebraucht ja ich habe hier sogar noch diese packung verkämpft die packung von meinem feldpunkt und sie sind dran oh what the fuck is he got a red launcher oh god oh 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 panna bräuchte wieder einladen hm 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 komm wir rauchen einen hm 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 ok komm wir machen einen deal um 10 darfst du hm hm und herz sein oh 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 ja ich mache es für deine gesundheit ihm ist meine gesundheit schon scheiß egal ne ab in der feld 600 euro ne das ist heftig ich habe 20 bis 25 euro in der woche hatte ich nur so wenig und mein liquid ist noch so voll sieht man das aber ich habe ich habe umgefüllt weil ich habe hier das ist eigentlich das liquid deswegen sieht das auch noch so voll aus also eigentlich ist das hier eine dreiviertel flasche ungefähr noch heißenberg und heißenberg sind schon voll ausgelutscht ja da gibt es mittlerweile schon bessere welcher auch geil schmeckt ist von von martha oder von von oder so ich habe aber das original pop kommt dann aber das ist ja verboten ja leider bb bb du darfst bb 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 und da hätte ich eine raum um ein gott um ein gott immer etwas ist nicht schlimmer weil du machst nur dass er vor dem ehr bevor er in den discord kommt 30 kippen rein zieht bb bb und da er jetzt bin ich gleich mit kippen wenn er bis hier ist hollala dann wird er seine packung nicht mehr sehen er buggert die im schlipper ob dein handy gucke was steht er buggert die im schlipper da kommst du nicht ran ja Das ist ein Passwort, das ist ein Passwort. Wie soll ich das? Oh, um, um... Du l'as vexé, das bedeutet was? Um, etwas, was er nicht liebt. Ich habe das Wort, ich habe das Wort. Ich habe das Wort, ich habe das Wort. Du l'as vexé, du l'as vexé, du l'as vexé, du l'as vexé. Ich suche das Wort. Ich suche das Wort. Ja. Oui, 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 oui. Oh, putain, merde. Es sind drei langs in der tête. Putain, trolololol. Ich will zu gerne wissen, über was wir sprechen. Beppo, setz dich ein jetzt. Nö. Beppo, Beppo, wie heißt die Vexé? Vexé, Vexé, Vexé. Ah, Vexé, das heißt, du hast den... Du füllst... Jetzt musst du mal selbst überlegen... Wir finden das Wort, ne. Nö, bei Vexé würde ich auf andere Sachen kommen. ich hätte was zu dir gesagt was du nicht gemocht hast dass ich es gesagt habe ja so angesprochen gefühlt ja du hast irgendwann das wort das wort auf deutsch nein auch luxemburgisch du hast ihn ehm du hast ihn nicht gemocht also dumm gemacht hat sie mir was gesagt hast du mir das nicht gepostet oder andersrum nur du hast ihm gesagt hat er nicht gepostet ja du hast eigentlich gedacht ja du konntest einfach so so ein ja das tut ihm nicht gepostet ja das ist richtig das ist die richtige finde ich alles andere hat nur ein wort gesucht im kontext zu was weiß ich auch nicht gerade mit ihrem freund und hat das wort nicht gefunden um ihrem freund zu sagen was jetzt wie auch schon mit plaques an also ich glaube erst wachsen jetzt kommen so mit plaques also jetzt geht's los ich bin amateur ich weiß nicht von was du sprichst ja genau ich habe keine Ahnung ich bin nur auf meine capstack alles virgin es habe ichyang sie dir nochWar lying ich bin embarrassed ich bin Polen oh ich verstehe alles ich brauche ich deine hindsight unterhaltet euch mal unterhaltet euch mal weiter über wichsen und plaks ich es ist sonntag ja das stimmt du hast doch sicher frei morgen ich hab montag auch frei siehst du genieß es ich habe auch frei ihr redet über schmutzige sachen das stimmt nicht wir sprechen über die wixi 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 heißt es hat ihm nicht gepasst und lagier heißt beschert der hat mich kapas sie ist es euch doch von acht jaja ich habe es nicht nur es sind garçons es gibt es ich bin gespannt man was für ein radios es sind die Menschen es sind die garze es sind die garze s'il nirritte pas de parler comme ça je vais les frappe une dans le visage es ist nicht nur Und es ist so scheiße, wenn man nichts versteht einen. Es ist wirklich so scheiße. Ja, ich fühl mich so, wenn ich in Bayern bin. Verschließ doch die deutsche Sprache. Ja, aber die Bayern nicht. Die Bayern sprechen dann mit einem Dialekt. Ja, das ist genau das Gleiche. Plattdeutsch. Bei Plattdeutsch verschließt du nix, Mann. Dann würdest du recht geben, Mann. Doch, Plattdeutsch ähnelt nämlich dem Luxemburgchen. Ja, okay, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Du kannst ja Italienisch reden. Ja, mit wem denn? Mit der Wand? Mit meiner Hand? Ja. Du verstehst dich ja gut mit deiner Hand. Natürlich. Ich bin Linkswichser. Er arbeitet Hand in Hand. Linkswichser. Ich wechsle immer. Eine Seite wird langweilig. Ich benutze nicht meine eigene Hand. Das ist auch gut, ja. Was? Wie bitte? Habe ich akustisch leider nicht verstärken? Könnten Sie sich bitte da wiederholen? Nein. Schade. Ansonsten gibt es eine Erektion? Oder? So, komm, ich geh noch mal ein bisschen in eine COD rein. Willst du mitspielen? Trotzdem. Ich habe dich überzeugt. MW3. MW3. Hound-Ding auf, ne? Ja. Ja, die haben einen neuen Modus. Alles klar. Das denn? Hound-Ding ist das? Kann die Modus sein? Ja. Mach's große an, ne? Wir haben Dinge noch. Nach 7 High-Rage. Das ist quasi wie Warzone. Nur wenn du da stirbst, wirst du als Zombie wiedergeboren. Ah, geil. Wir haben die Führung übernommen. Geht ihr an? Er ist so schlimm. Er versucht immer mit seinem Lachen, versucht er nichts zu kriegen. Mit seinem Grinsen. Hast du es gesehen? Er ist so, ne? Und dann guckt der Eiskeits in die Kamera und ich weiß, ob er mich anguckt. Und dann dieses. Wobei, weißt du das, was ich dich anschaue, ja? Ja, guck's mich immer an. Natürlich, du bist auch die schönste im ganzen Land. In Deutschland oder in Luxemburg? Auf das ganze Universum. Ich weiß schon, dass das eine Lüge war. Nein, das schlimmste ist, er meint das auch noch ernst wahrscheinlich. Beppo, wie lange geht deine Runde noch? Meine Runde ist die Hälfte. Du kannst dich einmal warm spielen. Du dreckige Camperwichser, Mann ey. Ja, komm gleich. Was denkst du, soll ich mit dem Honi machen? Was soll ich mit dem Honi trinken? Geh, den Honi, bitte. Welchen hast du denn noch, welchen Honi? Ich hab noch alle Sorgen. Dann mach den Honi. Oder nimm dir einen Radler. Babe, mach den Honi. Hätte ich einen Jackie-Cola da, würde ich einen Jackie-Cola sein. Mach den Honi. Nimm dir ein Limoncello. Honi, Honi, Bibi, Honi, Honi, Honi. Das ist voll stark, was er gerade eben gesagt hat. Honi, mach den Honi. Als Italiener weiß ich, was gut ist. Wer bringt keinen Alkohol? Nee. Sieht mir schade aus, wie auch kein Alkohol. Das ist ein Digestiv. Nee, fähre nicht auf die Schinnen. Wo wollen wir denn am Montag streamen? Das ist die Frage. Die Schwerte streamen. Ja, aber ich will mit, ähm, mit Salva streamen, aber ich weiß nicht, was ich will. Hör mal, ich weiß nicht, was ich live. Ich bin nur, dass ich nicht richtig Anfängerrein sage, was ich loserein. Ich bin nur noch ein Spaß. Ich meine Antworten, dass ich so sehr viel verletzt habe. Die Kämper, die gehen mir sowas auf den Sack, ey. Bin ich, kennst du da ruf? Hattest du dich auch schon gefragt? Bestimmt, gar nicht, wenn ich schon vergisst. Was komm ich denn? Alter, es ist zu, tut das stimmt. Pardon, muss ich so ein bisschen... Easy high, Mimado. Was soll ich noch machen, ey? Ich weiß, ob ich in der Ränke aufholen muss, hier und in der Ränke, aber ist okay. Fahler. Der ÖVG ist natürlich permanent. Noch kein Drüssel, schommst Alzheimer. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß nicht, wie viel ich sag. Mein Mann hat mir auch geschrieben, ich habe schon noch ein Niveau beim Koffer geholt, da war ich auch schon ganz überfühlt. Nein. Ich bin mir extra für nächste Woche rum, wie viel bei Koffer geholt. Und sie wollte sonst wieder bei mir mal vorkommen. Es bleibt noch 30 Minuten. Ich schwöre, aber die Mann. Ich habe wirklich keinen Bock bekommen. Ich habe doch einen. Ich habe einen schlechten Hand. Was ist das denn jetzt? Nö. Du willst mich nicht rauswerfen. Der ist schon rum auf der Schild. Ja. Wannst du manchmal ein bisschen zu fuhren? Ja. 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 Ich hoffe echt, dass du das Gesicht nicht dabei machst, weil das war jetzt überhaupt nicht fördern. Hör auf, 5 gegen Willi zu spielen. Das sieht doch witzig aus wie er beim Film, oder? Wippt was ein bisschen nach vorne. Oh, Diggaaaaaa. So, meine Runde ist vorbei, ich gerne noch rauchen. Mach selbst. Hm? Ah, der. Was ist das, Baby? Hydroscobra. Oh, ich hab den noch nie versucht. Ist er gut? Nein. Okay. Ich hab den noch nie versucht. Ok. Trin da weg. Also das beste grüne Getränk, was ich jemals probiert habe, das ist immer noch von Level Up. Nuklear. Ich habe vorhin sowas auf Amazon gefunden, Level Up. Auch mit so Glitzer und allem. Nuklear und digital. Nein, sag aber jetzt nicht, was es gemacht hat, bitte. Du hast mir das schon erklärt. Aber es ist gut, wenn du zum Beispiel Urin abgeben musst. Ohne Scheiß, wenn du abpissen musst, zum Beispiel beim Alkoholtest oder so eine Scheiße. Ach, Bibi. Sprache. Perfekt. Ich habe ja keine Tempos hier, Scheiße. Was mache ich? Nimm dein Wichspapier. Ich würde immer gerne Neukir kaufen, Alessandra. Ich würde immer gerne Neukir kaufen, Alessandra. Ich würde immer gerne Neukir kaufen, Alessandra. Ich würde gerne mit Bären. Ja. Bei jedem im Hintergrund schlö die einen. Hm? Ja. Ja. Ich würde immer gerne Neukir kaufen, Alessandra. Ich würde immer Neukir kaufen. Ich würde immer Neukir kaufen, Alessandra. Ich würde immer gerne Neukir kaufen, Alessandra. Weil die sind nicht böli. Ja. Es ist wirklich, äh... Also. Neukir ist wirklich komfortabel. Ja. Wir haben ja auch mega doll. Das ist ja. In World for Heavens. Na guck. Guck. Wann wenn... Wanns Schogen kascht einfach so. Entschuldigung? Was denn? Ich habe nichts gemacht. Du hast gerülpst. Entschuldigung? Ich war das nicht. Ich... Ich habe dich sogar angesehen, als du gerülpst hast. Entschuldigung. Danke, mein Scher. Also, ähm... Ja, wie gesagt, die Vans sind halt billiger. Deswegen bin ich damals von Nike auf Vans rübergegangen. Weil... Ich mache meine Schuhe ständig kaputt. Dann läufst du schief. Oder... Keine Ahnung. Nö. Ich schleife meine Füße immer über den Boden. Hast du Y-Beine? Nein. Ich habe schwere Last auf meinen Schild. Könnte ja sein. Keine Ahnung. Nö. Ich mache das als Langeweile immer über den Boden so. Ja. Nämlich wird man weder so weiß eher vor's kaufen. Weißt du? Ja. Und... Du weißt, ich muss ja immer Purschen kaufen. Ach, nee. Weißer wäre schon ein Dickbobo. Ja. Also, das ist schon ein Dickbobo. Ja. Und ich habe zwar schon einen Dick lang hier gedauern, aber schon ein Dickbobo. Ja. Ich habe nicht geschneit. Ich habe ja keinen Redner. Und du wirst nicht machen. Aber du wirst nicht machen, bollst du? Aber du bist so ein Dickbobo. Ich erinnere dich. Ich denke. Denn das ist mir so ein Dickbobo. Weil sie die Musik começieren. Was? Oh, du wirst nicht. Ja, nicht. Air Force und die quietschen wenn sie damit geht und deswegen will sie sie nicht mehr anziehen die fernquietschen wie hört sich das sagen so luft reingedrückt oder ich hab keine ahnung ich hab sie auch schon sehr lange nicht mehr angezogen ich hab keine ahnung und das ist der boden auf dem nein nein es ist egal was für ein boden dann ist es wahrscheinlich die ding wenn du im schuh die sohle raus nimmst dann musst du sie ein bisschen okay versuch das mal nicht ich hab das nie ich schleif meine wenn man jetzt kommt es wieder ja das ist deshalb ja und schön wieder eingepackt natürlich aber du hast meine andere schule noch nicht gesehen welche die ich in meinen kleiderschrank drin ja warum hast du mir die denn nie gezeigt ja die sind auch die genau verpackt entschuldigung daher ich hab leidlich hier keinen platz ich sag's so wie es ist weil ansonsten ich trage normalerweise auch sehr sehr gerne boots da also im winter ich hab glaub ich auch noch ein paar hier drauf ne ok hier geht immer im wasser ja ja wir gucken wir gucken diese kleinen konzerter bildweist aber alexander mcqueen müssen noch ja aber du hast momentan nicht das geld ich mache mir das geld aber die muss ich haben oder möchtest du das dein sei war wie ein zigeun herum läuft auf der straße ich nicht ich möchte mein dein sei war möchten sie das lauf ja schon wieder letzte penne umher musst du dann noch her um also müsste ich mich also müsste ich anziehen oder wie muss ich mich nach deinem style anziehen nein verlange ich nicht ich möchte einfach nur dass du du bleibst ganz einfach wie ich mich anziehe das ist meine sorge ich bin wieder da ich bin adam sandler unter den armen leuten und marcel ist der controller noch ganz oder alles ziehe ich mich hübsch an sich die meter nicht man ich bin immer one shot weiß aber wenn ich ein handelte mal ich nur hitmarker und was mir war ich war immer ich war immer er es geht ja gar geben du kann man den discord ja ich schaue ich mir und team disco 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 also ich habe mich immer so angezogen oder ich war immer mehr die das emo skater kind als die kleine hübsche prinzessin ach so kennt jeder von uns ist reich er kann ich schwärze kann nicht reden wahrscheinlich ach ja der haus noch ist zu hause tut mir leid dann werde ich wieder gehadet ich habe den schrank aber voll mit rücken und kleidern schläft er kann schon rankommen aber da kommen rein hat man dies gott nicht da muss ich meinen link geben ah ja ok da warte ich mach das kann ich bei den dinge einlinge einfügen oder ausgestattet nee du kannst das einfügen wenn du möchtest mehr alessandra du so schreck auf den schien und dann einfach ins worte zu machen sie kommen sie ja ich bin einigen der schicks mega mega gegen und schien die unter mein doch woche oder los klicka ja ja leber mich ein ja ich muss auf einem neuen passen auf commenter also an kuchen foto ok ok ich te préviens tout Es ist wirklich sehr cool, es gibt Menschen, die nicht wirklich wissen, und du wirst zu schlafen und zu schlafen. Aber sie sehen, denn es kann auch eine Idee geben. Weil es manchmal... Die Frauen sind... Sie sehen? Sie haben die schöne Kleine. Die Kleine. Sie sehen? Die Kleine sind die Kleine und die Placke. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber die Phrase ist so schön und ich bin einfach auf dem Deck. Aber du musst in den Kommentaren ein Foto gucken. Weil verschiedene sind... Äh, wirklich stecken. Pardon. Wirklich stecken. Ich bin nicht schön. Du musst gucken, wie ich ausgesetzt. Das ist nicht fein, weil sie sehen. Ich habe ihr geschrieben. Getreu den Produktbildern schaut besser aus als mein Ex. Ah, nee. Ich fühle sowas gar nicht. Hey, Bubi ist da. Ah, nee. Pulbi. Pulbi. Ich schicke in der Eklitz, weil ich 100% zu Schirmwert kaufen werde, weil ich von denen finde es so schön. Ne, warte. Ich wüsste nur vorne. So. Die Sache ist die, ich kann mir diese Röcke und Kleider alle kaufen. Du wirst, ich werde sie zu Hause anziehen. Ich werde mich hübsch finden, aber ich werde nicht damit vor die Tür gehen. Das wäre Silvia. Aller. Schöp, yes, auf WhatsApp, schick. WhatsApp. Arrwee, loo. Das funktioniert nicht. Ich zeige dir eine Foto. Ich werde dich auf Messenger senden. Warum finde ich keinen Gegner? Wo ist der Ding? Er kann ja nicht kommen. Doch, er könnte. Sie schläft ja. Wow. Das geht schon. Und so nebel und 3. 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 Ich bin so schön. Und sie sind so gemüt. Also sie sind so gut dran. Und sie sind so schön dran. Ich bin nicht so schön dran. Ich bin nicht so angeeilt. Aber das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du findest dich in allem hübsch. Und ich bin in allem hässlich. Ich finde dich bei zweitem noch nicht in allem hübsch. Aber du bist in allem so hübsch. Aber du auch. Das stimmt nicht rein. Man fühlt sich nur so hübsch wie man sich fühlt. Ja, ich finde mich nie hübsch. Ich bin nicht weg. Ja, come on. Wie ist mein Mann heute nicht richtig gefickt? Wer hat dich gefickt? Meine Mann. Ja, wir dürfen ficken. Ich will ja auch noch nicht angebezogen sein. Ja, ich gebe bestimmt Schäden von der Aspen. Was hast du dir gescheckt? Nee, an verschiedenen Schäden gucken. So. So Rockabilly. Oh, mein Mann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Ah. Ah, ich habe ihn vertreten. Ah, Junge. Das ist doch ein Spass, wenn ich die Prissassier-Neraktor habe. Aber jetzt haben wir einen Rockabilly. Einmal in die Warteschlange, in die Wartezimmer bitte, please, Team. Ich bin noch da. Der andere, dein Mensch. Ich bin ich. Was für die? Gleich bin ich im Rung. Was? Da ist der Boa. Ist er da? Guten Tag, guten Tag. Da ist er. Die Funktionen, die sind die Mikrofone nicht. Ich kann nicht fliegen, wenn es da dreifach sein ist, so gefickt. Wie geht es, mein Lieblingsspeckmull? Lieblingsjigolo. Oh, dieser Rock ist so schön. Ach du meine Fresse, der ist so nett. Ach so, der kann nicht reden. Ja, dann kommst du rein, du Bühne. Damit er uns besser versteht. Dann flüstern. Hey, ist ein stiller Beobachter. Dann flüstern doch. Ah, hört auf mich von ihm. Hört sie dich? Kim, du kannst gerne bei mir auf der Couch schlafen, ne? Nicht im Bett, ne. Die Couch kann ich dir anbieten. Digga. Auch der Kim kann einfach neben Kevin schlafen, macht er keinen Unterschied. Kim und Kim. Wo schlafe ich? Wo schlafe ich dann? Auf der Couch. Ich schlafe dann bei Salva. Ihr könnt dann alle gemeinsam schlafen. Und nicht auf der Bettdecke. Und nicht auf der Bettdecke. Ne, auf dir drauf. Nein, bei ihm ist das keine Taschenlappe. Sein Schnurrbart hat geredet. Der hat gesprochen wie ein Löwe. Oh, was ist denn Quatsch? Ihr habt ein Kleid, das sieht aus wie eine Nonne. Kaufe mir das und dann ziehe ich das immer an und dann sage ich, ich bin ein Mann. Boah, Beppo, das war so stark gerade eben von dir, diesen Double Kill. Ja. Ich möchte von dir jetzt ein Kind. Kim, was spielst du? Pokémon. Wir haben die Führung verloren. Die Führung verloren. Marcel, mach was. Ich bin keine Gegner mehr. Ich auch nicht. Ich schlafe gerade hier um die ganze Map. Jetzt habe ich einen Gegner. Du musst mir eigentlich direkt mit mir gucken, Alessandra. Du musst direkt mit mir gucken. Geblendet. Das muss auch. Ähm, äh, 45. Okay. Hey! 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 Unschön! hat mal so in deinem Mund, ich finde es nur verheiratet falsch. Ah, Mist! Und scheinen auf den Meister. Ja, er spielte sehr viel. Ey, scheiße! Ich bin da doch ein Amateur. Oha! Oha! Das wäre geschafft! Oha! Ist das der? Nee! Mist! Ganz gefährlich! Ich hab mich gerade eben total erschrocken. Oha! Diese Frau ist nicht normal. Die scheiß Drohne. Noch eine Minute. Hab ihre Drohne ausgeschlossen. Ah! Ah! Nein! Ich wusste, dass er da stehen würde. Schau, du kannst ja sogar Leggings da kaufen. Was sind da alles kaufen? Oh mein Gott! Ich brauch neue Leggings. Pass auf! Weil die sind äh... Sie sind oft äh... Durchdichter. Oha! Stefan? Mist! Oh, ja. Du hast das gerade einen Top auf Schenk oder wie? Oh! Nein, 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 ich will das schön ansplinchen. Äh? Äh? Wie ist das so? Französisch, Französisch. Entschuldigung. Mensch, Marcel, du bist richtig dunkel geworden. Ja, ne? Ja, ist in Ordnung, mein kleiner Loverboy. Mein kleiner Loverboy. Ich weiß, was das Problem ist. Du musst mal deine RGBs wieder anmachen. Der sieht genauso aus wie Jeffrey Dahmer, ich schwöne. Wer, Marcel? Wenn er so in diesem Blick haltet, ist der Wahnsinn, meine. Jeffrey Dahmer ist cool. Marcel, ich muss mir das T-Shirt bestellen, was du mir da geschickt hattest. Von Jeffrey Dahmer. Ja, dann hacken wir's. Ja. Aber Jeffrey Dahmer ist nicht mein Lieblingsserienmörder. Sollte man einen Lieblingsserienmörder haben? Ja, Texte. Einen richtigen Serienmörder. Nach einer wahren Geschichte. Ich schwöre, hier kriegst du so deine Seite. Ein kuscheliger Stil. Alles andere als kuschelig. Und du hast den hügelen, und du hast dich in die Bühne gemacht in die einen Körner. Du hast dich geklagt, was du verletzt? Ja, ich küsse dir, was du verletzt. Ja, ich küsse dir. Ich küsse dir. lieben die barra von so lang bei der so die weifel 90 magisch mittlerweile er müsste mit einem namen bogen spielen der schweiz aber ich kann euch ein bisschen die set-ups geben dann ist die wohnschutz abschuss bestätigt wir brauchst einfach nur den skin zwei stück für wahl mann wandel vor Ort nach oben beruhig dich beruhig er hat er seitdem war derzeit aus da kämpft einer am haus immer noch im gebürsch ach du noten sohn alter ich kack dir in den höhse wow how you fucking mt5 ah coming from the right wow ja sicher kommt der von hinten wieder ok man von vorne kommen bitte ja no way no way i just fucking shot your legs out sunshine he's just gone all fucking bonkers ah damn nein verbündete drohne online verbündete drohne in einsatz die map ist viel zu groß aus dem haus snipet einer im rechten großen fenster ja ich habe schon die schüsse gesehen ja ganz stark ich habe vergessen dass ich die blenden konnte hier drin habe oh und im bootshaus oben das ist einer am camp du wichser ist er auf dem gesten klo ich bin keine ahnung ich bin einfach so lucky luke mäßig wow brech brech das ist die Oh ja genau weiter Ich glaube ich muss keine Waffe weg sein Ich gebe euch einen Tipp, macht es für euch Ninja-Rang, ihr seid richtig laut Wie viel Kuchen hat der jetzt geschluckt? Ich klug ihn richtig Wir sind verloren, flieg zurück wenn stadt zu schreiben genau ich auch wieder Ich weiß nicht, dass er mich auf 100 Meter entfernt hat. kein grummen doch gehen Pech Power absehler Pech Power keiner das bitte machen, dass er seine Webcam so ist und dann nur das Spiel im Untergrund das möchte ich auch sagen aber das nennt man OBS Bibi A fucking Rich den Affe wieder nicht ja was? was meinst du? du hast das doch auch wenn du spielst und er ist fucking turning dummer while I was shooting him oder nicht? na bei mir ist das nicht so hey bei mir ist das genauso wie bei Kim man hab was abgekriegt garage outcast building fucking unreal, I can't get a fucking kill bei Rookhafen fucking by the ass man pass auf Peppel hinter dir wir alle in da ich will mich jetzt verarschen hey OBS virtual camera schreibt er mein Schatz ja Kim, guck da nicht nur genau so ein Gang zu zockern ja dann warte bis er fertig ist und zeig es an ja ja dann Ich bin weg. Ich werde das Spiel sehr gut machen. Oder Twitch. Hey, got a kettle in the tank. Fuckin' itin' that town. Fuckin' shockin', ain't it? Fuckin' itin'. Du musst einfach dein Gameplay unter der Kamera machen. Dass die Kamera über dem Gameplay ist. Jo, dann muss ich halt versuchen, wer ist da drin, ne? Ja. Deine Capture Card muss unter der Kamera stehen. Das ist wie so'n Stapelprinzip. Das, was du oben sehen willst, musst du auch oben positionieren. Ja. 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 das muss einfach nur anklicken gedrückt halten und unterschieben das funktioniert meine kann man nicht öffnen ja du musst bei obs deine capture card die halten und dennoch unten ziehen am besten machst du ganzer runden so habe ich so machen hast du die in dem ordner drin deine capture card hier hast du dein obs eingestellt hast du die geordnet oder wie hast du das gemacht nein da wo du auch browser und so alles hast das meint er da kannst du ja ordner anlegen ja das habe ich versucht bei mir gibt es sich nicht ich habe die kamera starten gedrückt und danach ja und dann wenn du hier deine kamera start ist musst du erst einstellen einstellen welche kamera denn die virtuelle kamera verwenden darf ich bin jetzt wieder nur hit mag alter oh du kleine schlampe ja es gibt es noch nicht mach mal eine drohne an stehen da schon wieder zwei ich habe mir eine hitlage gegeben scheiße, stirbte nicht Egal 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 Was? Boah, hat der Märtyrer drin? Wahnsinn, ich hau die wirklich mit dem Sniper weg, aber die sterben einfach nicht. Die ganze Zeit Hitmarker. Hast du bei OBS deine virtuelle Kamera gestartet? Ah, dann spot ich ihn. Genau, auf dem Kopf mache ich Hitmarker, Alter. Ja, diese Logik in dem Kopfspiel schon wieder. Heu. Gebt dir Rücken dahinter. Genau, 69 Support. Ich hab' hier in der Huren so, Mann. Kommt da von hinten an, boxt mich, Alter. Ja, genau, Alter. Tischt, der Pischt. Tischt, der Pischt. Ja, das musst du sehen. Ja, genau, Alter. Feinde gesichtet. So. Warte, nicht zurück. Nein, nicht so. Dann bin ich hier ohne online. Ich bin da mal direkt in der Schuss. Ich bin da fast direkt in der Schuss. Granate. Haltet ihr den Rücken frei. Ich spiel die ganze Zeit mit dem Sniper. Was? Da kommt schon wieder einer oben. Wie kann man so viel Glück haben? Dein Vater heißt so mit Vornamen, du elender. Ich habe ihn, das ist scheiße, den habe ich nicht. Wie viele Geschütze stehen denn hier bitte? Ja, 69 Support, Alter, nix doch scheiße. Geh mal in OBS. Dann hast du rechts virtuelle Kamera. Ja, das habe ich ja gemacht. Die hast du an, ne? Warte. Ne, es weht gerade alles. Dann machst du ein normales Streaming Setup. Was du normalerweise streamst auf Discord. Naja, auftritt. Kommt das? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich bin noch nicht fertig. So, und danach? Gehst du auf Discord? Ja, und dann suchst du sie auch. So wäre es virtuelle Kamera, ja, weiß ich. Du musst in Discord auch auswählen, dass du die virtuelle Kamera machst. Ja, das habe ich ja gemacht. Warte, ich muss einmal so machen, einmal so. Capture Karte. Aber hier siehst du mein Spiel nicht, oder? Ja. Ne, du musst ja nicht die Capture Karte her, hat ja nichts. Bei mir auf den OBS muss ich ja machen. Wenn du das, das Game was du jetzt spielst, wenn du das streamen würdest auf Twitch. Genau gleich wie wenn du auf Twitch streamen würdest. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Jetzt willst du doch was sehen, oder? Ja, ich sehe da ein Spiel, ja. Aber hier sehe ich meine Kamera nicht. Ja, siehst du denn die auf OBS? Siehst du die da? Ja. Ah, ich weiß warum. Du musst, ähm, die Kamera darf nicht an sein, wenn du Twitch streamen würdest. Äh, wenn du OBS anmachst. Doch, er kann, er braucht nur die virtuelle Kamera starten, er muss einfach nur seinen Bildschirm spiegeln. Hat die Elgato Facecam, da habe ich genau das gleiche Problem. Wenn die irgendwo benutzt wird, kannst du nicht auf dem zweiten Programm gleichzeitig benutzen. Ah, okay. Das heißt, er muss, ähm, er darf die Kamera nicht anhaben auf Discord. Dann macht er OBS erst an, weil dann hat OBS auch Zugriff auf die Kamera. Also, ich müsste jetzt, was soll ich nicht machen? Soll ich das wieder beenden? Das beendest du? OBS komplett? Ja. Ja. So. Du hast auf Discord, äh, lässt du auch OBS, also die Kamera auf Virtual-Kamera gestartet, ne? Ja. Ja, come on. Die schießen ja. Kommt. Ah. Hast du OBS komplett neu gemacht? Also ausgemacht und wieder an? Naja. Jetzt muss das glaube ich funktionieren. und bei Discord machst du ganz normal die... ja siehste, geht doch aber jetzt kann ich wieder in mein game, kann ich mich auch machen, ich hab jetzt voll hier und ich brauch's verkackt deswegen aber meine kamera ist zu groß, gell? hm, von mir aus passt warte ich schon mal nach, ob ich bei denen noch beitreten kann, dann werde ich die lobby bei denen crashen ja genau, ich... ich schwör, ich verlor... ich verliere so krass, ranket grad ich bin wieder beigetreten au du darfst wieder rauf uns halber, ne? ja die Frau ist gefährlich hm aber ich weiß, ich meinte, das ist eigentlich so gut maaaann ey ey, was mit meinem Leben geht's plötzlich los? wir haben das halbe Zeit verloren warte... genau, Digga, genau oooohh ich hab überall ach f*** doch dein Vater das hat ne Hitbagger geschluckt von aller Punkten das hat ne Hitbagger geschluckt von aller Punkten glaub ich komm nicht mal klar mit dem Kontroll, mit dem Kontroll, da komm ich nicht klar mit dem Kontroll, da komm ich nicht klar dann werde ich von dem Gläuschen nochmal getötet das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht und nochmal von dem ne, eure Schritte sind mir eindeutig viel zu laut ich höre ich extrem über die ganze Map das irritiert mich übelst wie geht's granate geworfen oh weg 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 genau Genau, auf'n Goa- Ach! Digga, ich guck jetzt, ob die Fotze online ist, Alter. Wo ist die Fotze? Affe mit Waffe. Affe mit Waffe. Der Name sagt mir was. Nein, sicher nicht. Hier gibt es 10.000 Bauer, die ist ja nicht bei. Hast du die Pokémon-Seite, Kim? Für die besten Medaillen. Du hast die Mama geschickt. Ja, das solltest du wirklich machen. Für die schlechten Fehl. Was ist Kim eigentlich, dass sie pennen? Ja, wo ist sie, Kim? Ich weiß es nicht, ich glaube, sie übergibt sich gerade. Herrschaft. Dann spielen wir wieder mit der Sniper. Hängen die schon in der Mitte wieder? Das fängt schon so gut an, Alter. Oh, überall ist einer. Ich muss nur reinkommen. Ich habe Bravo-Ein genommen. Ja, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Ah, scheiße, Schatz. Jo, genau. Ja, sicher, ich habe auf ihn als erst geschossen. Ich glaube, wenn ich meine Waffen auspackte, dann sind sie echt am Arsch. Ich gehe gerade nur mit der Sniper, die Waffen mich nicht in Ruhe. Ich habe ihn jetzt am Arsch. Oh, ich war schon. Ja, ich habe er eingenommen. Deine Sobe. Ja, die sind immer so on point bei mir. Ich check das nicht. ich mache durchgehend auf dem kopf sogar weil ich auf dem kopf bin mit mara genau die gucken auch in jeden winkel rein um zeitig doch du fort diese logik schon wieder man das die andere unter dem tunnel Du Hummelunger Siehst du das Kim, Mann, das ist so neat. Genau, der hittet, ach. Mann ey, das macht keinen Bock mehr, Mann, ich deinstallier die Scheiße wirklich bald, ey. Ich hab den Beppo. Ich hab den einen, aber da war er noch zwei weiter. Ich versuche einen zu nehmen. Ich spiel mir noch das weiter. Das wäre geschafft. Magazin wechsel. Ah, Leute, der Hintritt. Digga. Gebt die Rückendeckung. Wir haben Alpha verloren. Ich lade nach. Okay, dann muss ich mit Waffen spielen. Ja, das ist so schwer. Ja, das ist so schwer. Mann ey. Nein. Mein Aiming ist eigentlich super geil. Ja, oh boah. Ja, gib mir die Chance, den zu töten. Oh ja. das ist so unlogisch man alles aber diesen um hat denn nicht Pistole Ja, jedes Mal wenn ich aus den Spawn rein werde ich direkt abgeknallt. Ja, schon wieder. Oh, dann kämpft schon wieder einer auf dem Turm. Ich brauche für zwei Typen ein komplettes Magazin. Zwei Typen brauche ich ein Magazin, so heftig. Ach, die Eroberung. Ich habe alles gegeben für die Eroberung. Jetzt läuft die Alessandra noch da? Ähm. Alessandra? Ist bestimmt auch schon eingeschlafen. Ja. Ah, okay. Doch. Wissen Sie zufälligerweise, wo mein Schätze lang ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mir langsam Sorgen. Weil das ist nicht gemein, dass sie so lange weg ist. Soll ich hier schreiben? Ja bitte. Ja bitte. Warum sieht meine Grafik so abgewichst aus? Keine Ahnung. Ja. 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 Ich bin schon wieder mit dem Sneaper. leckt mein stream bei euch ein bisschen ja ja das nervt mich das sollte nicht so sein sie sagt kommt gleich danke wir sind per a vorsicht ja Ja Okay, ich hab ihn über den Noch einer? Ich hab ihn Pass auf, links ist hier einer Ich geh jetzt wieder auf Gewächshaus Ja genau, der holt mich auch noch Ähm, hallo? Ich nehm ein Du elenderloser Bastard man, Alter, warum schiebst du nicht mit One-Shop? Jaaaa, einer oben und einer unten Bei B, äh, bei C Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt Wir müssen sie sichern Zielobjekt Bravo wird gesichert Wir verlieren Alpha Wir kontrollieren Bravo Der Feind übernimmt Bravo War okay Jaaaa Okay, come on Das ist... Richtig Blödsinn Ich beschieße ihn schon, wenn er die Leiter hochklettert und der kommt noch hoch und kriegt mich gekillt Der Feind übernimmt Bravo Im B-Haus ist wieder einer oben Der Feindabile ist ein Ja, der Feind übernimmt schuldig auf die Pistaten und wir gehen nicht mal so schnell schon wieder der Bienen dort ist auch so noch zu spüren oder e aber wird schon ja der Kälte uns durch ja genau ja die vor allem so gut ja kommt sich zu zweit auf B kommt dazu dritt zu oder was zu c entschuldigung Wir nehmen Charlie ein. Feind übernimmt Bravo. Feind übernimmt Alpha. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Zurück ab Zielobjekt Charlie wird gesichert. Ziel zerstören. Zielobjekt Charlie gesichert. Auf halber Strecke zum Missionsabschluss. Weitermachen. Oh mein Kimi, ich sag meine Kimi. Wo warst du? Nee. Alles okay? Ich hab's gemerkt. Alles gut. Verbündet sich ohne Online. Alles cool, ich bin mega krass. Ich weiß, ich mach's auch gleich raus. Feind sicher Charlie. Das lohnt sich auch nicht so zu streamen. Hast du Verbindungsprobleme oder ist vielleicht deine Bitrate zu hoch? Nee, bei Kim Block ist es genauso. Ich hab' ein scheiß Ding, also. Ja, jetzt schau mal, wie geil das flüssig ist, das Geile ist, das Ding. So, ohne Kamera. Ja, aber stell dir vor, ich will dein Gesicht sehen und nicht ein Gameplay. Ich hab' ein scheiß Ding. So, ich hab' ein scheiß Ding. Oh, ja. Oh, ja. Wie viel Luft da? Ja. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Du bist du. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Wiese Position. und ich habe da kann man da die schlubberaten kriege ich nur einen von den panel genau auch schwer hielt mark gar nicht mehr das lustige am haus in zwei hat einen geilen spotter unter der terrasse knapp schießt die scharweine dann findet mich sofort ein nächster von hinten ich habe tot entstehen noch nicht freigeschreit ich habe pirscher stiefel an ihr müsst das andere das übertrieben überford ich sehe den nicht mann wir kontrollieren Ah, Opel bei C. Schon wieder einer. Wir können das aber noch gewinnen. Wir können das aber noch gewinnen. Zielobjekt Alpha ist kompromisiert. Zurückerobern. Verbündete Konterdrohne online. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Verbündete Magazinwechsel. Wir verlieren Charlie. Ja. Voll, Gigi. Easy. Vision erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit. Ja Panda, wir haben wieder so einen gesichert. Nein. Und der Marcel, der hat einfach alles gekillt, was er fand. Ja, noch ein Level, dann habe ich die Schuhe, wo ich leiser bin. Ich schwöre dir, mein WP stimmt ab, Articad. Bis aus der... Bist du aus der Party geflogen? Ja, ich beide. Bei mir lag das. Warum auch immer. Ich hatte nie Probleme. Ich glaube, ich muss mein PC wieder neu aufsetzen. Aber ich weiß nicht, wie ich es mit den OBS zu einem Backup mache. Weil ansonsten würde ich hier alles komplett zurücksetzen. Doch, bei OBS kannst du eine Backup-Datei machen. Und wie, sag mir nicht, dass ich den Ordner kopieren muss, nur und danach auf den OS Basic und danach den Allseits. Richtig. Nein. Nein. Habe ich schon gemacht, war alles weg bei mir. Ja. Ich habe ein extra Programm dafür, das ist auch kostenlos. Das heißt, Personal Backup 6 heißt das. Das ist von diesen Nilsson1489 oder sowas von YouTube, weißt du? Und dann mache ich halt einmal welchen Licht von OBS und Backup. Okay, okay. Muss ich mal reinziehen. Okay, okay. 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 Du hast ja fast durchgespielt, man. Du hast ja fast durchgespielt, man. Du bist fast Level 30. Ja. Und ich habe die Beta erst gestern angefangen. Ihr müsst mal mit der Sniper spielen, mit der ich spiele. Ähm, die Sniper, die ich momentan im Setup habe, ist die, äh, HV. Ich kann sie dir One-Shot machen. So. Ja, aber ich habe noch nicht, ich muss die noch Leveln. Ich habe da noch keine, äh, so gut. Ja, ist egal, ist egal. Du brauchst die nicht, brauchst die nicht. Du kannst ja zum Beispiel bei der Langbogen, äh, will jeder drauf machen. Die Langbogen habe ich noch nicht freigeschaltet. Den Langbogen hast du von Anfang an. Äh? Ah doch, das ist die hier. Wenn du DMR meinst. Genau, dreht mal drauf. Dann such dir, ja genau, such dir mal die aus, die, die rote oder die blaue. Okay. Dann drückst du, äh, Fieck. Da wo du die Visiere drauf machst. Ja. Du musst aber, genau, auf dem Wachdruck gehen. Dann mach mal, ja jetzt kannst du alles machen. Dann musst du den Laser reinmachen. Okay, Laser. Äh, welche Laser? Ah, hier. Okay. Nein, 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 nicht den. Ich steh? Ich zeig dir bei mir. Mach mal die selbe Klasse wie es bei mir ist. Okay. Achter, ich muss mal dein Bild aufmachen. Mach mal, mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Äh, einen Moment, ich muss hier mal das Bild wieder richtig machen. In welcher Waffe macht ihr das? Beim Lango. Äh. Oh, Leute, ich hab grad mal Level 1. Da hab ich noch gar nichts frei. Das ist wurscht. Du brauchst nur den Skin. Ich hab noch nicht mein Skin. Ähm. Ja, okay, weil du hast ja nicht die Verlösung. Nö. Ich muss mein, äh, Dings mal vergrößern, so herzlich. SL, hast du da drin? Ähm. Nein, Moment. Ne, du hast bei WC hast du nichts. Du hast bei Laser. Hast du den? Ja, äh, Lauf, Langlauf, Pro 99. Und ähm, Magazin. Hast du den 10er Schuss. Und hinten hast du den Zitadell. Hier rät das mit der hier sein. Ja, und hinten hast du den Schaft, äh, Schaftlos. Okay. Ja, ich hab die Glösche gemacht jetzt. Okay, und schau mal die Perks an unter mir. Also so, mit diesen versteckten Sneakers und Knochenschall. Das ist verdammt wichtig, dass du das dann machst. Ohne Scheiß. Weil ich höre eure Schritte echt durch die ganzen Map. Ja, das sind die, wo ich noch nicht vollgeschaltet habe. Die kriege ich erst im nächsten Level. Aber der Marcel hat die. Okay, Sekundärwaffe würde ich euch immer empfehlen. Die VSP Stinger. Die ist echt übertrieben überfahren, das Ding. Und wenn wir meine Stinger, also mein Stryker, das ist so meine Stryker, was ich aber meine Stryker drauf habe. Die ist echt effektiv. Stryker. Die Stryker ist echt effektiv. Die muss ich noch leveln. Wenn ihr meine Perks wollt, da sind deine Perks. Die, äh, Russher Klasse, wenn ihr damit rusht. die kette steffen die habe ich auch die kreischen scheiß dinge und für die andere habe ich dies die kv die ist für mich wollen die kreischen die kreischen die kreischen die kreischen machen wir keine raucherpause ok okay also k alessandra ist ein sehr guter Mensch ich habe auch gedacht alles alles er kommt sehr gut und sie hat eine ich finde sie gehört dazu Bist du so... Ich weiß es nicht. So Massimo-mäßig, ich weiß es nicht. Nein. Den Schlechteporno-Filmen. Du verstehst mich. Ich weiß es nicht. Bist du nicht, bist du so? Ich kann es schon nicht wegstehen. Ich weiß es nicht. De Jogh. Bibi? Hm? Rede mal. Mach einfach mal einen Satz auf Italienisch, bitte. Ich wollte deine Beine. Okay, danke. Das war schon der Gang. Warum? Nichts, nichts. Ich bin ab. Gute Nacht. Jawohl, Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafe. Gute Nacht. Gute Nacht. Hat Beppo den Stil noch an? Ja. Okay, dann kann ich es nicht laut sagen. Zah! Uita la... Baby! Zah! Zah! Hast du die Zigarette ja gegessen, Bruder? Ich rauche immer schnell. Meistens rauche ich immer zwei, aber jetzt habe ich nur eine geraucht. Ich normalerweise auch. So was andere, wenn ich eine rauche, rauche ich immer zwei. Boah, endlich habe ich diese Maps-Guy-Draw. Was ist das denn wie eine Lobby? Nur mit Level 1? Ah, nein. Hopfenkobold, wie kann man sich so bitte nennen? Finkelpause nennt der andere sich. Der andere hat zu viel... One Piece geschaut, der nennt sich Schwett. Nehmt euch ein Zimmer. Ich brauche kein Zimmer. Mensch Marcel, du wirst immer dunkler. Ich schlafe immer wie ein Apfel, aber mit Stil. Jetzt kann ich wieder Snipern, Alter. Ich teste mal dein Setup von der Sniperherz. Superherz. Also du kannst so richtig schnell reinvisieren. Das geht so schnell. Stellung. Das Zielgebiet kontrollieren. Stellung. Du kannst meinen Film anmachen, weil ich mag das, wenn ich mir zuschaut. Da kann sie was lernen. Ist ernst. Feinde, hinterhalt auf Interimeter! Wir haben uns die Führung versichert. Ich sehe sie gerne. Warte mal. Ich weiß nicht, dass ich stumm' auch müsste. Mit hier. Den Bereich sicher. Aaaaaal... Gammelt da schon einer an der Treppe wieder? Du ekliger Bastard da immer... Nach Blick... Zielgebiet aktualisiert zur Stellung begeben Oh ja genau Pinkelpause, ich geb dir Headshots und bleib selber heil Ja legal, ich darf mich aufregen, alles gut, alles gut, aber Bestätige nächste Stellung, bereit Freunde innerhalb des Millimeter Neee, man hört doch die Gegner so laut einer Ja Pass auf Warum schimmelt er da? Habe ich den Lala ab? Nein Ja, mein OBS hängt schon wieder so hinterher, Alter, ich hab übelste Stellation, Alter Und den Schulte abgebrannt? Weil ich den Ton über OBS hören muss Ich hab nur ein Headset Ah, okay, 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 das ist mies, okay, ich versteh schon Du hast leider nicht das Astro A50 Oh, der ist mir zu teuer Warte, das A40 ist das beste Headset normalerweise, das beste Ich hab auch das A50 Ja gut, du hast den Mixer ja separat da Nee, der Mixer ist scheißegal, bei dem Mixer hast du bei A50 auch Ja, beim A50 ist ja der Mixer im Headset drin Wir haben die Führung übernommen Ich find den A40 am besten Uh, schön Der gewaltig als Pro Also definitiv, deine Konfiguration ist geil Wie bitte? Die Konfiguration ist geil Von? Von der Sniper Egal, Alter Das ist der Wahnsinn Und bitte Das gibt's doch nicht Ach, scheiße Nein Der war ein Stückchen schnell alt Die Stellung wird verlenkt Bereithalten Ich glaub mal, ich will dich mit dem Waffen jetzt spielen, Alter Die hätten ja alle wirklich keine Chance Aktualisiert Zur Stellung begeben Genau, wie schnell ist denn der auf meinen Kopf drauf gewesen, Alter Ja Ja, komm Ja, komm Ja, wie schnell sniper der bitte Der, komische Rote da Ja, ich Na zu Tobi Ah, dann krieg ich nur einen Ja, Mann Das ist nicht cool, dass du dich vor meine Nase stellst, ne? Sorry genau drei leute und spot egal wie schnell ist der bitte alter etwas sitzen der meister hobi vergisst es der typ ist nicht nur mal ganz rosa wieder ich nur headshots genau genau pinkel pause leider ja das ist nicht nur mal 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 auf und wo kommt er denn jetzt du ekliger du ekliger dein vater dein vater der eklige hat hundertprozentiges aim das ist nicht normal nein das geht schon das geht schon gut ich snipe ja nur ich habe auch keinen skill ich habe auch nicht getroffen du ekliger du ekliger aus sagen neuen der eine ich bin ein sniper du hügeliger du hügeliger du hügeliger der vater ist so mit vornamen sehr schön die schimmel um zu zweit ich pass nicht auf das ist mein fucking problem natürlich maserovi ich mach die hit machen und du killst mich ich will eigentlich nur rushen 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 ich will nur töten hügeliger 36 kills passt maschine beppo du maschine beppo du maschine beppo du maschine wie machst du das nur ich weiß nicht wie ich momentan auf tik tok mache mit 2551 leute die auf mein video gekriegt haben da musst du ein lied singen bruder in der weihnachtsbäckerei gibt es manche leckereien ein bisschen kim und salvo nein gleich können wir weihnachtslieder singen das ist meine kokaina das ist meine kokaina die kim ist meine kokaina patatina patatina auf jeden fall la patatina das weiße schöne pulver stehen aus kolumbien und ich habe zehn zuschauer auf tik tok hey guys reize schaut mal bei ihm alle auf twitch schau mal bei panda twitch tv vorbei hallo bitte keine werbung ok kurka alp geht auch besser eure augen braun die kisse euer herzen die hühner herzen dazu macht es eine würdigkeit ich sehe nur dein gesicht nicht die sollen alle auf twitch kommen bei dir ja da wäre ich froh du sollst die leute rüberschicken beppo Ich schenke euch ein Abo bei Kim. Auf meinen Nacken. Hör auf dein Geld für mich auszugeben. Ich mach nur Werbung für dich, das ist doch. Ist Robi wieder hier drin. Ja, Mann. Ich bin gespannt, was ich jetzt hier beißen kann. In der Weihnachtsbäckerei gibt das manche Leckereien. Ein bisschen Mehl und Zucker. 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 Sensation. Zucker. Verbündete Drohne im Einsatz. Wir nehmen Charlie ein. Alessandra, bist du noch wach, Janu? Na freilich. Natürlich ist die Dame noch wach. Denn du bist die beste Droge auf dieser Erde. Nee, nee, nee. Schatz, hast du getrunken? Guck dir, wie konzentriert sein Gesicht ist. Wie bitte? Ich guck dein Gesicht an, wie konzentriert du bist. Ah. Das sind in meinen Augen keine Gegner. Ich weiß, ich bin besser als die alle zusammen. Und das wird nicht gelogen. Ich bin nicht mehr ernst. Ich spiel einfach nur auf Spaß. Ich hasse dich, Master Ruby. Warum flexst du jetzt so, Judy? Wie bitte? Warum flexst du jetzt so? Ich flexe doch nicht. Ich flexe doch nicht. Wo denn? Ich flexe doch nicht. Ich kann das Spiel nicht, ich bin ein Anfänger. Du bist ein Penner, das wissen wir. Du bist ein Penner. Du bist ein Penner, das wissen wir. Siehst du? Ich habe ihn getroffen, er ist mir gestorben. Ja, Juggernaut! Wie viele Kills hast du? Ich bin nur mit seinem Papierchen. Der einer ist über mir. Der hat 19. Aber ist mir scheißegal. Ich schalte ihn nicht auf die Tür. Warum hab ich keine Cola-Lütcher? Baby, dann musst du ganz andere Lütcher nehmen. Ich wurde gelingt, hier ist keine Cola drin. Brauchst du nicht. Ah doch hier. Ja, Marcel hat mir ja welche gekauft. Ich bekomme meine Lütcher. Ja, du bekommst auch gleich was, bald demnächst was anderes und was geiles. Schaust dir mal an, wie ich schaust dir mal an. Lütcher? Ist das? Ist das? Den großen Lütcher. Jaa. Aber bitte nicht verstorben. Die großen, die großen Runden, die man immer so auf dem... Ist das, Schubberfauer kriegt, Alessandra? Jaa. Die kleinen Kinder. ja den großen runden lutscher ich möchte mich doch sie sich verschlucken ja und was an dem lutscher ich schluck das doch nicht runter ich schluck andere sachen unter dein vater ist somit vornamen der eklige bastard ich war mein jaffry dama ich meine lutsche so ob kare noch junge auf dein leben ich will dass der typ stirbt ich habe gerade mein nücher aufgemacht warum ist er bei mir noch nicht ausgepackt ein bisschen zu gut ich dachte ich war deine kokainer nein du hast gesagt ich werde ein kokainer das war doch so du aber nicht meins triffst du die person auch mal da gucke ich dir einmal zu und dann verkatzen was denn wie ich abgeschossen werde das kann ich auch ohne ich hab dich doch getroffen ich bin nämlich ok ok warte jetzt ist vorbei sagt ein netten kopf ein 20 kommt ja wie ich habe komplettes magazin mach nur hitmarker leck mich doch am arsch was durchgehend hitmarker da kommt der weder von hinten alle sandra sie redet ja der kann um die ecke schießen oder war ja die freundschaft er hatte die freundschaft keine widerrede du darfst du meine freunde nicht klauen ich habe sie gekauft der christina situation ich fühle mich ein bisschen hat sich da gesorgt ist auch okay ich mache mir da kein schuss ich spiele voll locker und er hat mich schon wieder ich habe komplett vergessen dass er noch läuft ich habe den entschuldige ich spreche jetzt auch voll schön und lass mich in ruhe hör auf mich zu mobben jetzt die hut warum wir kommen langsam in der plätschern an der rohbe der ist nicht klein zu kriegen aber er verloren schon wieder fixe egal ich habe wirklich viel gemacht und das nur mit einer fucking snapper und ich wollte mich bei dir noch mal so herzlich vom ganzen herzen mich bei dir bedanken für deinen für deine für diese schulung für COD was ist denn das für eine Wurst ja da wenn du mir kurz bitte raus ich nehme kurz auf die die ich muss eine neue holie machen der der Kimberly gibt mir keine Vitamine ich glaube ich war nicht der führer ich glaube er war der party es macht mir ein bisschen angst du kannst es auch so ein pädophiler sein der der jacks nur wir haben keine minderjährige ja wer ist ein marcel ist eigentlich ein deal ist ein deal so falsch ist es ja nicht das was er gerade macht ist nichts für eine kuh auf der wiese mensch was ist denn los auf tik tok ich bin auf 2727 jetzt mein gott du bist fein bist du sicher dass du bei uns bleiben willst ja ich kann das mal richtig gut irgendwie ich zei helle die dinge so du musst so für halloween streamen du darfst deinen eltern aber nicht zu mir du musst sagen ich bin batman ich bin batman ich habe mir das licht an damit ich was sehr das halber wird wieder das halbe wasser verschütten okay wie soll denn sie sich nicht muss jetzt eine zigarette er hat schon eine stunde ausgehalten also kommen um 15 habe ich also eigentlich hat er jetzt über eine viertelstunde plus bei dir gar nicht 10 minuten gut bei dir hat um 15 geraucht und jetzt haben wir es 2 uhr 25 also man muss fair bleibt ja du musst ihn auch mal was gehen können natürlich sie geht mir jeden tag mal ganz andere so viel ich gar nicht wissen ach keine sorge da sind keine nude pics dabei ist mir trotzdem scheißegal wir wollen nichts wissen das ist gut wir haben schweigepflicht wir sind dazu nicht verpflichtet nicht ohne mein anwalt ich merke gerade ich war seit gestern abend um 6 nicht mehr auf dem pot wird umgekehrt er ist schon dick für dich Bibi ja du darfst danke gerne tut mir leid dass deine gesundheit mir im herzen liegt warum macht ihr alles haben gerade zum beispiel nicht ihre kamera würde mich so interessieren sie will dann dich nicht sehen deswegen macht sie ihre nicht an das macht keinen sinn alexandra oder das entspann man andere trage sie hat keinen bock ihr wisst doch wie sie aussieht das reicht ich weiß nicht er hat ich nix ja ich nix ja ich nix fortneit shop ist auch wieder komplett von arsch alter ja ja weiter und er in das Leben die Verlust von der Klasse wie sie aus Leiter Kuckuck es ist verpixelt das Bild haben wir nicht auf ich habe Pistate in den Augen so sieht sie aus äh ich kann es draußen nicht sehen ich sehe nur dass sie Locken hat ja ich sehe auch nur Locken Natur Locken ja wie ich ich habe Locken ganz woanders wenn sie ihn nicht gibt oh wow Bruder ich bin deinem ganzen Körper ohne Haare dann bist du kein echter Italiener ein echter Italiener hat Pels auf der Brust ach Bruder ich brauch das nicht ich bin wirklich so du kannst auch du kannst aussehen wie wie eine Bombe aber wenn du eine du kannst aussehen wie eine Bombe aber wenn du eine kleine Zündschnur hast da kannst du auch nichts machen wer sagt dass du eine große hast tja lass es meine Sorge sein ich sag nur 24 cm ohne Kopf ohne Kopf ne 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 du bist kein Ruckersinn tja wenn sie das nur wüssten in welchem Zustand ist die Frage könnte vielleicht auch mein Onkel sein könnte gut hinkommen sollen wir nachmessen da müssen wir 24 cm ohne Kopf das ist ein 30er also wenn du so dann kannst du aber mit den schwarzen mithalten ne dann kannst du mit deinem Hund mithalten mein Hund hat echt einen großen ohne Scheiß mein Hund hat einen großen wieso weißt du das er hat einen Chihuahua er hat einen großen langen Schwanz ich bin echt neidisch auf den ohne Scheiß das ist so ein fetter Ausschi Alter das ist warte ich hab ich hab ein Video davon was ja ich hoffe du meinst den Han hinten am Poppes nennt man Rute eine Rute meine Schwester hat den perfekt gefilmt warum machen die das was filmen die das die haben den den Hunde die Hunde Mickey Maus gefilmt die haben ne Mickey Maus die Hunde Mickey Maus was? Frauen haben ne Mini Maus und Hunde haben ne Mickey Maus äh Männer haben ne Mickey Maus schau's dir mal an alter ok das ist jetzt mein Hund er hat die Ente da gepoppt ok ich hoffe das kann man jetzt gut sehen schau mal sein fettes Ding da an alter das ist nicht mehr normal sein Ding das ist das ist ja fast wie ein drittes Bein Bruder das Ding ist nicht mehr normal das Ding ist echt nicht mehr normal ok ich schalte auf den Suchmesser aber das Ding warum ich stell mir grad die Frage warum filmt ihr das? mein Hund popst gerne so ne Ente weil mein Hund hat ja keine Freundin was gibt's doch zu lachen Kim? neidisch he? weil ich hab leider keine Ente zum poppen mein Hund popst immer die Ente es ja jedem das soll einer wenn er die Ente gern ich lüge nicht ja wenn er die Ente gern poppt ja lass ihn doch die Ente poppen Mann wo ist das fucking Problem jetzt? das ist ein Hund hast du wenigstens hast du wenigstens Loch in die Ente gemacht? der hat sie selber ran gebissen der Marcel schwingt da seine Wurst durch Stege das sah ein Video einfach so aus aber sein Ding ist groß und ich bin ready ich bin auch ready jetzt glaubst du mir ich hätte gut in dem Wissen gelebt es nicht zu sehen ja du glaubst mir nicht weil du machst den Spaß draus ich lüge nicht bei sowas lüge ich überhaupt nicht das arme Tier du weißt schon dass du ohne ohne sein Einverständnis pornografische Bilder rumrein ich könnte OnlyFans für ihn machen Alter ohne Scheiß vier Hunde OnlyDocs der würde mich reingehen der würde mich reingehen aber anders hast du seine goldene Kugel gesehen wie sie schön glänzt? symboliert haha da hab ich mir der kann glaub ich du ey wirklich mit einem Elefanten seitens das Ding mit einem Pferd ey ja belassen wir das aber eh wie du mir so du mir ich habe das sieht lange nicht mehr gehört ich habe jetzt meine sniper auf level full max läuft mein stream noch bei dir ich muss mit der sniper reinkommen geht es dir gut er streamt immer noch nur ein attentat hier und da alles gut damals auch genau gelacht als sie das geschrieben haben ist einfach offen kontakt auf den scheiß schädel was denkst du kann sich mit dem sagen wir bitte ganz offen Es ist ein eigenes Spiel, er muss den Tat auch botzen. Ja, ich kann das Spiel. Cool, er startet, das ist alles voller Blut. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Gibt es in dieser Fall gewaltig aus der Hand? Wie cool, wann es so schwer Raum ist aus. Ah, die Regale, du Räume? Ja. Wie das alles gesagt? Wäre cool, wann so einer Gangs Leichendäle so Raum er können. Digga, dieser Sergio geht mir voll auf den Sack, Alter. Tja, mein Kebab kann ich schwere Branche. Baby, aber mal ernst. Zielgebiet sicher. Du siehst doch. Sag bitte, mit was ich spiele, bitte. Wiederhol das. Ich mag das, wenn du es sagst. Von mir. Willst du dein Ego poliert bekommen oder was ist los? Sag es, bitte, bitte. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich habe keinen Plan. Eine Sniper. Oh, danke. Ich habe eine Erektion bekommen. Oh mein Gott. Lieber Panther, ich glaube, du brauchst eine Ente. Ja. 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 Was ist mit meinem Aiming jetzt los? Was ist jetzt mit meinem Aiming los, Mann? WTF, Mann? WTF, Mann? Ich muss hier eine untere Waffe spielen, weil das bringt nichts. Baby, Heideck, Heidechse ist eine Frau, ne? Wie bitte? Heidechse ist eine Frau. Ja. Warum? Weil sie mir geschrieben hat und ich weiß nicht, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Aber das war die untervögelte Frau, ne? Das wäre eine untervögelte Frau. Du merkst, du merkst, dass sie es bitter nötig hat. Können wir doch mal ihr Glück. Welches Glück, Baby? Wenn sie ficken will, dann soll sie ficken. Na, dann meld dich doch mal. Okay. Wenn du mich so hergibst, dann bitte. Okay. Bei mir steht ja auf der stehen Schlampe. For free. Bei mir alles kostenlos. Alles kostenlos. Okay. Also, ich kann ja meinen Wert, also bei mir muss man es halten. Mann, ey. Jetzt, jetzt facken sie mich ab. Jetzt facken sie mich echt wirklich ab. Okay, ich habe vor allem locker gespielt. Ich dachte, ich kann mich nur noch ein bisschen pushen. Ey, stehen sie da zu dritt im Tunnel oder was, man? Ja, das sind richtige Wichser. Marcel, darf ich dir einen Tipp geben? Ja, ha 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 ha. Wenn man sich aufregt, ja. Ja, Digger, entsteht zwei Meter vor dem und mach nur Hitmarker. Da parkt die Pankern aus. Wenn die gut ist, dann kann ich es auf. Die springen mit ganz normalen Waffen, so wie ich. Aber ich check die Meter halt nicht. Ja, genau. Der verzieht kein bisschen, alter. Kein bisschen. Ja, ich mach nur Hitmarker, alter. Ist echt nervig. Was? ich konnte mich gar nicht gibt mir doch den fucking kopf wo ist dein fucking problem mann bohr hat gefragt was wir beide machen er hat gesagt was macht ihr bei den süßen denn aber wie süß dass wir sofort immer miteinander assoziiert ich habe ihm geschrieben panda zockt mw3 und ich sehe dabei zu wie süß aber sofort dass wir beide wieder sofort assoziiert werden halt schon wieder ein doppel ein dreifach schaust du mal an alter was geht denn hier abgarten mit mir ich krieg nichts getötet bb ich glaube mir mal sein pikachu schloss du mal an ist das normal mann ey 16 kills alter leck mich doch am arsch ey so wie der schießt sie auch aber ich mache komischerweise immer nur hitmarker oha 45 kills und 18 tode was ist da passiert ich würde so gerne klippen warte kann ich kann ich doch noch meinen clip speichern meine bildschirmaufnahme mein letzten ding mal wie kann ich denn das krippen hast du beim obs die bildschirmaufnahme immer automatisch an letzte zwei warte letztes 30 minuten noch mal habe ich das gespeichert fragezeichen ist automatisch bei playstation ja bei playstation ist automatisch also man hat es nicht eingeschaltet sobald du auf share drückst und und letze 30 minuten unterbrech mal die lobby bitte muss man schauen ob das die lobby war ok schaut mal wie ich gespielt habe wie kann man das bitte das bild das bild größer stellen ich gehe mir einen monster holen ja warte mach mal später was brauche ich nicht hier warte das war ab hier ungefähr wo das spiel angekommen ok hat die zähne wieder nicht gewechselt ich habe es auch gehört wie du gespielt hast ich bin schon so deprimiert also werde ich mir den stream hat sich nur angucken aber ich bin ganz locker ich bin mal ernst so wir haben darüber geredet verschiedene menschen nehmen das nicht gut auf wenn du flext du siehst du siehst du siehst es gerade nicht als flexen aber es ist flexen mein schatz ist das flexen marcel offen und ehrlich ich möchte dass du ehrlich zu mir bist und er kaut gerade lasst uns ende kann ich weiß ja dass du gut spielst und ich bin jetzt gerade wir sind angefressen von von der beta ihr hört es ja jedes mal so was für ein typ hast du eigentlich bei cod das spielt auch eine ganz ganz große rolle schau mal diese szene einfach diese szene auf mittel dann müsste es gut sein du kannst aber das ist eigentlich noch hoffen auf offen stellen wenn du bist dann auch eine 0,1 millisekunden im voraus die meisten spielen mit 120 fps oder pc aber du spielst du eigentlich auch auf dem monitor ja aber mit 60 fps ich spiele auch nur mit 60 fps ich habe keinen ich habe ein 4k bildschirm mit 60 fps ich will mir jetzt 9 zulegen warum 4k bildschirm mit 60 fps macht den auf 120 bei mir geht das nicht ja also ich habe so einen ganz alten samsung also ich kann meinen anderen wo wir jetzt gerade drauf läuft auf 100 hertz stellen aber wenn ich den an die capture card anschließend habe ich keinen gaming sound warum auch immer ich weiß nicht ob es daran liegt dass mein gaming monitor wo ich jetzt drauf spiele integrierte lautsprecher hat und deswegen der andere ja nicht weil dann könnte ich auch auf 100 hertz spielen aber herz bringt doch eigentlich quasi nicht oder ich denke ich denke ich glaube er die millisekunden sind wieder da ja auch ja aber wie man spielst du auf 60 fps und dann wie man eine weile auf 120 fps also 120 hertz das merkst du du siehst die gegner viel früher richtig für mich ist das immer wichtig wie im bildschirm also bei einer reaktion mit einer ich glaube das ist viel wichtiger als nach meiner meinung ja dass das ist das ist richtig aber die herz zahlen spielt halt auch eine rolle und ich habe zwei sekunden also zwei millisekunden und 60 fps also 60 hertz das ist ein unterschied als wenn du auf 30 fps und 60 fps spielst so ist es mit den herz zahlen also sagt also mit der ps bin ich besser also im vorteil mit mehr herz auf jeden fall definitiv da muss ich mir was meinst warum die ganzen gaming monitore 144 herz und so haben aber schon mal du musst ja egal weil das spiel kann nicht mehr als 60 fps geben beim pc schon brauche ich dir aber nicht bei der playstation 5 sie kann 120 fps das kannst du sogar einstellen ja aber du brauchst ein hdmi 2.1 ja und das ist schlecht was aber viele leute dann noch vergessen du brauchst dementsprechend auch ein qualitatives hdmi kabel ja 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 das ist wichtig das weiß ich das ist wichtig weil das lustige ist plästischen verkauft in der plästischen fünf mit einem hdmi drin der nicht 2.1 kompatibel ja was für ein bisschen würde sie mir dann empfehlen es gibt mehr so lg magisch auch c samsung acer aber ich möchte aber wenn dann 4k spielen das ding ist wenn du kannst zwar ja obwohl ich war weil du kannst du entweder aussuchen entweder die bildauflösung ist musik und wo er fps zahlt also herz oder so holst du einen guten mit einer ganz guten auflösung jetzt sicherlich gibt es gibt auch 4k monitore mit 100 zu 100 440 herz ja da zahlst du dich wie blöde tausender glaube ich es gibt auch guter schon für 33 33 400 aber was mich immer stört ist dass die bewerber und die marken auf die leute etwas verarschen mit 4 kamen und dann ist es wie gut hatte oder es ist ein aktiv anstelle von aktiv 4k weil ich würde mir gerne ein rohlet holen aber ich weiß nicht ob es gut ist das spielen ich bin gar nicht mehr konzentriert ich würde ja die sehen mich viel früher da ich bin noch nicht von der ecke da fangen die schon an zu schießen und die sniper sind immer one shot das ist ekelhaft klar ist anna gut nach mein zweiter mit zwei börder mit den bei ich habe es verstanden da wollen wir mit waffen spielen meine konzentration ist alle bei high res halt gerade eben als ob er mich schon ich gehe raus das hat kein sinn ich muss eine raus mein körper kann ganz so zittern gar nicht gut ja das kenne ich wenn man nikotinmangel hat bei mir fließt dann kein bluetooth das ist richtig ekelhaft dieses kribbeln einfach wo ist mein wiffen mit der kamera hin ich sehe sie nicht mehr ja genau zwei meter stand ich vor dem auch wieder nur hitmarker hansi du wichse kann nicht sein dass ich den ich klein kriege ja genau ich gehe auch aus ich habe auch kein bock mehr du spielst aber auch mit ins kaffee wie hast du deine tasten belegt wenn ich fragen darf kreis und x ok aber wo ist links bei dir x ist rechts also springen bringen es recht also ich bitte empfehlen x auf links und kreis tust du dich mit kreis hinlegen oder mit l3 dann bin ich lange und dann weil ich lenke und dann so mich hinlegen quasi was ich würde es anders empfehlen jemand bitte auf die einstellungen wenn du willst ja wenn du möchtest natürlich mit r3 zum beispiel ja du tust dich mit r3 hinlegen oder richtig genau also hast du es auf taktik eingestellt ich kann es dir so zeigen mit wie ich das spiel das sind meine einstellungen warte hast du mir lege ich habe die 3000 die 3000 spiel auf taktisch also also kreis des nahkampf bei mir und r3 ist zum beispiel rutschen dann würde ich dir auf der linken seite bei den paddle würde ich das springen empfehlen und bei dem rechten paddle würde ich dir r3 empfehlen weil wenn du gleichzeitig schießt dies und zielt glaub mir das ist so effektiv und hinlegen das ist echt effektiv bist du schneller dran als wenn du mit r3 rein drückst und wie sind deine triggers eingestellt auf ein schlag komplett darunter oder was ja also da musst du minimal drauf richtig naja genau ja okay das ist bei mir auch so also kreis links und rechts quasi nein links links ob x und rechts r3 das ist effektiv also ich kann es so zeigen also ich habe es ich habe es also so müsste es bei dir sein girls x und rechts r3 genau richtig weil die sport mit war dich ceinba ich noch mal rein make me ich ihnen aber das ist ja wenn du zum beispiel schießt dass du dich gleichzeitig auf den rechten das mache ich ja immer wenn ich wenn ich schieße drücke ich immer gleich hatte ich er drei ja war ich ja damit an wie sie ich mache es eigentlich auch wo ich ganz klar aber mit dem perl ist extrem wenn die plexen sind schon geil ja die dunklen ich stehe jetzt wieder mit sniper ist es schwierig mit dem scuff sage ich dir so wie es ist aber mit scuff muss ich die triggers komplett nach oben das einzige was mich etwas stört bei dem elite controller ist dass man die tassen nicht konfigurieren kann direkt über den controller es geht nur über die software ja doch geht auf so eine tassenkombination ok Ein MadBad in den Stream geschrieben. Es würde eher nicht gut gehen und sie würde jetzt für eine Zeit lang aufhören mit Twitch. Also genau, selber wie bei Chris und dann 2.000 später ist eh. Und, wie kommst du mit der Steuerung, Marcel? Das ist wirklich alles wie beim Alden, aber... Kommst du besser, also das spielt sich viel, viel wohl an. Ja, ist auf jeden Fall eine Ungewöhnung, weil ich automatisch rechts drücke zum Springen. Aber versuchst dich dir so anzugewöhnen. Weil die eSportler springen auch so. Die eSportler fehlen ja nur wilden. Ja, ich scheiße mit dieser Map, ich scheiße mit dieser Map, Sniper zu spielen. nicht so 안녕, nicht so wie bei der Sie haben die Bank, man muss jetzt es sind du weißt, meine konzentration ist aber einfach zu viel gegeben ja ich schieße auf den schon vorher ich freue mich, ich habe ihn sehr sehr auf den Ballzone ja ich freue mich auch ja ich bin nicht da ja ich bin im Nachladen alter, gib mir ihm die Chance hey, diese Hitmarkers gehen mir auf den Piss, wallah, die gehen mir echt alle auf den Piss ja, hoffentlich ja, damit der Sniper halt einfach weiß bei manchen ist es One-Shot, bei manchen nicht einer vierfacher Kill mit Sniper, willst du mich verarschen? da, da war Sex wenn er nicht will, dann will er nicht vorsichtig machen, ich habe mich nicht dazu zwingen ich habe mich nicht dazu zwingen SUB sicherlich, ich kann mit dem verkauft ich kaufte das ja ich habe mich zwingen ich habe mich auch nicht und dann ich habe mich nicht ¡Hrasch! wir kontrollieren die kugeln die schlucken das ist nicht mehr schön zum zweiten mal du müsstest eigentlich schon tod in der eckung verschimmeln alter der typ den ich 10.000 hitmarker verpassen bleibt mich jetzt dreimal hintereinander geholt und wieder einer hoch ja ja dein Vater dein Vater ein Kontroller ist für ein Slappier hey go Awww. Ok, ich hab sowas von Ja, Pumpe, Wichse Ich bin immer die mit der Pumpe Einer kämpft da oben Ok Ist weg Easy Haben die richtig zerstört Ich hab alles gegeben Oh, die haben schon 10 Wohnzimmern schlaggereistung Hat sie die Hightechze privat geschrieben? Nein, als ich im Stream geschrieben habe Ich hör mir die Musik von diesem DJ Janus an, weißt du? Um eine Runde noch, Herr Mike, Feierabend Es wundert mich, dass ihr noch alle da seid Hier, dann muss das, glaube ich, stammt Aber hier nicht, wie Sonntag Ja, Sonntag Ja, bin auf 3300 Und 185 Likes Ich hab so Schulterschmerzen Das ist echt nicht mehr lustig, erinnern Ich schick dir ein Küsschen drauf Alter ist nicht schön Alter ist nicht schönes Ich bin ein Mann, Alter, das macht mir Angst drüber Ja, und ich bin älter als du Ja Ich bin jünger als ihr Das ist eine Lüge Ich bin jetzt, wo Alessandra nicht mehr da ist, bin ich die Jüngste Ihr seid alle schon mit der 3, ich bin auch mit der 2 Wir wollen Papiere sehen Und ich hab mein Puppen und den hier liegen Ich zeig dir nicht das Foto drauf, aber den Geburtstag Ja Der eine ist schon oben Sein Vater, Mann Ähm Hallo Man sieht, dass jeder von denen einen Sky-Controller hat Man sieht's einfach Man sieht's einfach No Man sieht's und man merkt's ultra Hallo? Von mir leckt's ja richtig heftig Die Hunde hier Hier können wir alle meinen Lullo Da ist der eine in der Mitte, da geht mir übertrieben auf den Tisch Wir verlieren Charly Gebt die Rückendeckung Zielerfekt Alpha wird gesichert Feind sichert Bravo Alpha gesichert Weh Kopf Wir verlieren Alpha Weh Zier Zielobjekt Bravo wird gesichert Wir verlieren Alpha! Wir haben zwei Zielobjekte gesichert! Wir besetzen alle Zielobjekte! So muss es bleiben! Hallo... Wieso hängt das jetzt auf einmal? Diese fucking Drohne! Was ist das man? Ich hab mit dieser Ding noch nie gespielt! Das Ding ist echt effektiv! Die fliegende Drohne! Ja, was ist das? Das ist richtig geil, das Ding! Ja, ich bin... Scheiße! Nur das Teil holt mich einfach! Du machst deine Ablustzierte so, dann kommt die Drohne und hast deine Ablustzierte kaputt gemacht! Und du kannst damit dagegen nichts tun! Du kannst die abschießen jetzt bei der Luft! Ja, aber mit der Sniper kannst du es vergessen! Das ist etwas schwieriger! Wieso hängt das jetzt? Wieso hängt das jetzt? Was ist mit meinem Aiming jetzt los? Hallo? Lali Lu! Und dein Vater stinkt nach Schub! Ja, ja... Gut, wenn ich jetzt nochmal so sterbe, dann bin ich raus, weil... Irgendwie läuft jetzt gar nichts mehr gestrichen! Alles hängt! Die sind schlecht! Die können ich spielen! Äh, bei mir bleibt einfach das Spiel an! Ja, ich muss jetzt mal so sterben! Dein Vater! Dein Vater! Dein Vater! Der Ehrenloser! Okay... Nein, ich kann mal nicht mal aus dem Spiel gehen! Das Spiel ist absolut... Weg! Das... Hallo? Ich hab' befehlt! Oh, Tastmanager! Come on, stop! Oh, ich hab' befehlt! Das Spiel macht mich aggressiv langsam! Und das find' ich nicht mehr toll! Wir machen dem Panda sowas von sauer! Halt! Der eine ist über mir! Der eine ist oben! 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 Alter, der hat ein Geschütz da oben auf dem Ding! Das ist effektiv! Das müsst ihr runterholen! Der eine ist oben! Der eine ist oben! Vielen Dank.